Fick dich einfach weg. Fick dich einfach weg, Barb. Das ist einfach wirklich komplett. Schade, keine Sub 3. Super knapp. Doch, doch! Als ob nicht! Es war, oh mein Gott! Easy. Das macht ja gar keinen Sinn. Das spielt in dem Sinne nicht nach 10 Minuten. Hat 10 Minuten hast du wahrscheinlich nicht mal das Intro geguckt. Ich würde mal sagen, 200 mal besser. Ja, ich dachte auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass der Unterschied so krass ist, aber ja. Ich bin mal gespannt, wie einfach man auf die 100% kommt am Ende. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich habe eine Münze verpasst. Ihr könnt halt auch irgendwas in der Wand sein. Nee. Okay. Wie klar war es eigentlich? Wie klar war es? Das Salamanca-Klingel. Okay. okami anführer warum ist hier open mic leute warum ich will sofort in die option ja ich will doch nicht mit dem reden jetzt der hat die geile hätte doch alles wie wir doch nicht bei einem fighting game und sprach oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin alter schwede alter ich bin im heck drin ich drehe durch junge 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 alter mein herz ist das krass oh mein gott wie geil ist das denn alter schwede kannst du auch den infinite bubble jump üben für eine bubble champion den habe ich gemacht da warst du nicht mehr in der planung clay der infinite bubble jump damit bin ich durchs leben durch hier durch essen schon gehüpft bei infinite bubble jump für mich ist das einfach wie für dich atmen ich übe da gar nichts also da hat capcom sich an blumio gewandt gewandt und gesagt blumio mach mal etten geilen rap song ja und dann kam das raus aber dass das ergebnis ich habe sie nicht gefragt schade ich hätte auch ein rap song für ed gemacht ich bin ed ich hau dich fett ich hau dich um yo was wie kann der ja wie diese nicknacks sag ich mal vergleichbar so nicknacks ja also es war easy wenn ihr noch einen habt schickt her ich esse sie alle weiter ich habe da ich habe doch ich bin so dumm ich habe doch extra pause gedrückt damit ich baffern kann damit ich jump baffern kann das war der grund warum ich pause gedrückt habe ja 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 das war einfach königlich Oh, geil. Mehr bitte. Gib mir mehr Blades, die einfach mich zerschneiden überall. Weiß ist einer? Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen. Kennt nicht jemand? Alter, warum? Der soll jetzt hier in den Stream kommen. Der soll jetzt hier in den Stream kommen. Kuro! Junge! Alter, hör auf jetzt! Alter! Ich soll... Kuro, ich soll das Spiel hier... spielen und was vom Spiel zeigen. Und du machst, dass ich hier das Level grinde. Oh, ich dachte... Aber ich hab sie zu feste bewusstlos gemacht. Ich dachte, das ist... Würgen, aber... Meryl... Meryl... Hä? Hallo? Okay, Anzeige. Strafanzeige. Okay. Okay. Kennt jemand die Adresse von Barb? Oh, okay. Komm... Do it. Tread it! I did it! Alter! Ja. Thanks for playing. Oh, sorry. It took so long. Thank you so much. Amazing Hackbock. Bop. Bop. Wackbarn. The end. Thank you so much. Amazing Hack. Asi. Simone. Come on. Noi. 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 Aber mit links schon ganz anderes Level. Aha. Also es ist schon nett. Ja, wie soll das denn gehen? Ah, okay. Ist glaube ich leichter mit dem Pilz. Aber ich will jetzt ohne durch. Boah, Dragoran. Das ist halt so lustig. Du bist einfach ein kompletter Falsch-Best. So. Boah, nicht Moini. Nee, nee, nee. Einfach Moin. Moin. Aber nicht Moini. Mahlzeit. Grüß Sie. Nevi. Leifor. Nevi. Nevi. Now. Vintage, ja. Wow. Ja, da meine ich das. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich glaube, das ist ein bisschen teuer. Oh, lol. Nein. Das ist auch brutal. Dass der Bums hier liegt. Ich glaube, Winches ist schon ein bisschen Pay-to-Win, ja. Ein bisschen. Glaube ich schon. Thorsten im Bademantel, der Hund im Bademantel. Eieieieie, das tut mir leid, Hund. Thorsten, ey, Thorsten. Thorsten. Ich glaube, er ist nass. Junge, das war der erste Run. 36. Okay. Ich schaff's nicht, ey. Alter Schwede. Fick dich, Mann! Mann, du Penner. Junge, das war der ekelhafteste Fight. Oh, Brettfeuer. Warum finde ich das so lustig? Was eine scheiß Nachricht. Die dümmste Chat-Nachricht aller Zeiten. Und ich lach mich tot. Also wirklich ernst gemeint lach ich auch noch. Oh, wow. Was? Online-Test. Bitte in Jugendsprache. Der IQ-Test online war mega mies, Brudi. Totale Abzocker-Alarm. Die Fragen waren voll easy und die Ergebnisse kamen einfach viel zu schnell. Als wär's ein Witz. Das Ganze fühlt sich wie eine Verarsche an. Am Ende soll man noch einen Haufen Kohle zahlen, um ein richtiges Ergebnis zu sehen. Kein Respekt für diese Abzocker, Mann. Finger weg, Leute. Das ist reine Zeitverschwendung und voller Beschiss. Abzocke. Hashtag Fail. Kopieren. Null Sterne. Der IQ-Test online war mega mies, zum Beispiel die Würmer aus Desert Lamnos, dass die aus Denon's Tower geschuffelt sind und dann noch in anderen Dungeons sind. Das verstehe ich. Aber was ist mit Trinex? Den gibt's ja nur einmal. Ja klar, jeder hat denselben Seed. Sonst wäre es ja nicht vergleichbar. Ich heil das nicht aus. Was ist das für... Also, das ist ja so Nostalgie-Kick. Riechen ist langsam und Sie können dabei nicht angreifen. Durch drücken der Kriechtaste stehen Sie wieder auf. Ey, Kriechtaste. Für mich nur noch X, ab sofort die Kriechtaste. Naomi, war doch jeder verliebt in Naomi, oder? Also, nächstes Mal, wenn ich irgendein Fighting-Game spiele, Kombos, bitte Kriechtaste. Das ist einfach nichts für Gehirnlose. Also, ich hab' auch. Jetzt bin ich, immer noch die Kriechtaste. Ich bin egal, wie es dir der Kriecht hat. Die Kriechtsteigungszolle, was ich besucher? Mal, das ist echt sicher. Sie haben uns nicht die Kriecht, wo in den Kriecht in den Kriechten. Also, ich bin die Kriecht. Oh, what the fuck? Oh mein Gott. Ey mein, nee. Alter. Ich lass die Truhe weg, einfach weil, nee komm, oder? Eigentlich habe ich es jetzt weglassen. Mach die Truhe. Okay. Okay, jetzt mach ich aus, Leute. Wie geil wär's, wenn ich die weggelassen hätte. Alter, wenn ich die jetzt weggelassen hätte. Ja, und dazu gewinnen gegen einige. Ja, gegen mich zum Beispiel. Ich gehe jetzt nicht davon aus, in meinem Fall, dass ich jetzt unbedingt hier der Hauptcharakter werde. So wie ich zum Beispiel. Und da sehe ich andere ganz klar durch das Turnier marschieren. So wie mich zum Beispiel. Ich hoffe, dass ich in die nächste Runde komme. Ja. Gerade so als erstes Turnier, das ist, glaube ich, ein gutes Ziel, mit ein bisschen Glück in meinem Fall. Ja, Glück brauchst du, sonst wird das nix. Na, Daddy, wie sieht's bei dir so aus? Ach, lieb's. Äh, ich weiß schon. Snow Crash. Ja, Alter, das ist wirklich das. Es ist wirklich das. Okay, das heißt, hier gibt es auch noch eine Variable. Soller, ich hole mir mal ein Getränk. Junge, das macht mich ja wahnsinnig. Kurze Pipi-Pause und Getränk holen und dann sind wir gleich wieder da. Dann machen wir hier weiter mit dem Bums. Äh, oh, jetzt ist der Timer angeschlagen. Das war bei Final Fantasy 9. Wir können ja auch sagen, am 24-Stunden-Stream, das kann ich ja jetzt safe sagen, der ist, äh, können wir auf jeden Fall zwei Snacks durchspielen. Und die Snacks sind ja kurz. Ah, fuck you! Es ist fast passiert, Alter. Habt ihr's gesehen? Es ist fast passiert. Hey, Junge! Geh rein in die Röhre! Mann, Alter! Ey, das ist wirklich, das ist der Albtraum eines Levels. Das ist wirklich der Albtraum eines Levels. Ich muss diese... Mein Gott! Elegant! Oh, wie, der Daumen. Das ist ja Meisterklasse, oder? Königsdisziplin hier. Aber ich muss ja sagen, es riecht ja geil, ne? Welche Figur passt? Es ist mir scheißegal. Ich würde diese Figuren nie... Ja, jetzt wird's komplett. Jetzt brauchst du nämlich hier das Atomphysik-Studium nämlich. Irgendwann ist der Punkt erreicht. Am Anfang fühlst du dich noch schlau und dann musst du Molekularbiologie im Master haben. Ja, das hier. Ja, okay, hab ich verstanden. Ja, ich habe ihn. Ja, das gehört. Also, das ist ein ... Ja, das ist das Spiel. Oh nein! Nein! Sagen. Ja, das ist das Spiel her. Das ist der Mal! Ja, was ich losger président? Oh, sie, es ist das Spiel. Ja, sie, alles schön. Es ist das Spiel her. bin so ein boon kann bitte jemand sagen er ist krass und er macht uns alle nass wenn es um Spiele geht die schon älter sind wir sind halt nicht mehr ein Kind aber Dänzen der hat sich's bewahrt und er ist auch sehr behaart es ist Dänzen er spielt Spiele schnell guckt doch mal nach vorne oh Dänzen er spielt Spiele schnell guckt doch mal nach hinten oh schneller Dänzen er ist schneller als du es ist Dänzen schneller Dänzen er spielt Spiele schnell ohne groß gebell Dänzen er ist krass mach dich nass im direkten Vergleich Hallo So E-dann-ed 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 Grüße ich hoffe euch gehts gut Mh mein Gott Nein das stimmt nicht Er wird immer schöner wolltest du sagen wie war er wieder Das damit Licht nicht auf deinem Kopf blendet da müsste ja hinter mir eine Kamera sein sonst wäre das so ja Naja Leute hallo Freunde der guten Lunar Magic Unterhaltung schön dass ihr da seid es gibt stumpfen öden drögen dristen kreativen aber immerhin kreativen Content wir bauen unser Ninja Level und zwar ist der Chat heute hat eine wichtige Aufgabe wir müssen nämlich der der Chat Oberhaupt Meister sein und drauf aufpassen ob ähm das Level nicht doch zu schwer wird im Windows 95 Style genau So ist der Plan und ihr müsst mich zurückhalten wenn es nur ansatzweise zu schwer wird müsst ihr sagen nein Ähm das da kann keiner rüberspringen über diesen Stein bitte macht das nicht fertig Nein äh Mad Magazine damit gehe ich morgen weiter rein morgen gibt es nochmal eine richtig lange Session Final Fantasy 7 Rebirth Super wir gehen mal rüber Und äh schön ist natürlich nix ist vorbereitet Ähm aber wir hatten ja schon ein bisschen lautes Radio oder Für mich ein bisschen laut Oho Hab ich gesehen hab ich gesehen den äh den Akuma Trailer Den hab ich gesehen Ähm ähm Oh den hab ich übrigens auch gesehen schon in der Vorschau guck mal wie geil der Hintergrund ist also nicht dass er jetzt passen würde aber wie geil ist der Hintergrund aus Bruce Lee Ist der aus Bruce Lee Story SNS find den mega geil Auf Akuma ja schöner Shoto immer Klassiker Heute 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 old school wir haben Zeit also heute äh bin ich eigentlich nur dafür da um diesen äh dieses Level fertig zu machen wäre also es zu anzufangen und dann fertig zu machen und äh um 20 Uhr habe ich heute mein Zelda Race das geht so bis 22 Uhr also ich bin jetzt online bis 22 Uhr wir spielen nämlich all dungeons boots heute in meinem Turnierspiel um 20 Uhr Ja Ja So ist es und äh warte mal War das Windows oder wie hieß der Scheiß oder war es Retro was man da suchen musste Windows 95 3D Ach du heilige Scheiße Wuhu Was ist das denn nochmal Also ich war war das nicht das Standard gestreckte Ne das dieses Kachel Wallpaper Was war das denn Windows 95 Ja Ja das ist auf jeden Fall schon mal mega gut das mache ich mir beim Tab auf Stained Glass Window Das ist okay das ist nicht Windows und das ist auch nicht Windows So ich sehe nur eine eine große Problematik an diesem Tile Set Vor allem wenn es leicht sein soll eine große Problematik Es gibt keine Slopes Äh und die müssen wir dann glaube ich selber pixeln gleich Ups Das ist glaube ich echt ein bisschen Kacke Aber gut okay das wird auf jeden Fall das Grafik Teil Set weil es ja so ein bisschen es wird Äh ich bin von Freitag auf Sonntag auf der Gamescom LAN und es soll ein Einsteiger Ding sein und Retro mäßig und Deswegen wird das unser Teil Set für das Ninja Land Ähm ja ich glaube den Hintergrund den lasse ich auch genau so oder Also das ist dieses typische türkise Windows und dann ist natürlich die Frage was wir später noch für eine Musik kriegen Aber erstmal wieder ein bisschen rein fuchsen in Luna Magic Und erstmal gucken dass wir hier ganz gut durchkommen So Als Grundlage nehme ich natürlich jetzt wieder ähm Das ist nur eine Grafik super easy Als Grundlage nehme ich natürlich wieder unser letztes Ninja Level Die 84 ist der Vordergrund 3 Oder was Vordergrund 3 Im Sample Ja Vordergrund 3 Gut dann nehmen wir die doch mal So wenn man einmal hier unser Explorer passend groß X Graphics So die 84 wird leider vergeben sein Das ist natürlich schon dumm Wo sind wir denn da mittlerweile 332 muss das werden Ups das war F1 nicht F2 332 So das implementieren wir Und packen das in Vordergrund 3 So So das ist natürlich jetzt in der 4 verkorkst Aber die 4 sollte ich eigentlich nicht bearbeiten Genau nicht wie die 5 nicht Ich sollte mal in die 6 gehen Denn da in den Fenstern ist mein Titlescreen Aber es triggert mich ein bisschen dass sie die ganze Zeit die Last Epoch Geschichte ist Muss ich mal kurz weglöschen Okay das ist natürlich super wenig Kram Aber es macht ja nichts Ich gehe mal in die 6 Da sind wir frei Und dann packen wir die Farbpalette rein Und brauchen jetzt auch als Backgrounds Natürlich exakt diese Windows Farbe Also da muss ich gleich mal gucken wie die ist Ich werde mir natürlich die Originalfarbe holen Ich glaube es geht in so eine Richtung Das könnte sie sogar schon sein Zack Dann gehen wir in den Background Und löschen die Tile Sets raus So So I Wo So, das ist alles Zement, 130. Das ist 6. Ich glaube, das ist Semi-Solid. Das ist Zement, 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 Zement. Das auch, aber das ist nur so optisches Ding. So, okay. F4, F5. Gamepad ist da. Buttons sind nicht da. Ach so, weil ich sollte vielleicht auch nicht das vom Super Nintendo nehmen. Okay, klappt schon mal alles. Okay. Und das ist genau. Ach, das ist eine Wein. Lull. Ah, bevor wir es vergessen, der gute, oder muss ich mal kurz meinen Fullscreen machen wegen Discord. Ja. Mach mal hier hin, dann können wir wieder in Luna Magic gehen. Der gute Maw hat mir ja den Upgradeten, die ASM geschickt vom Timer. Die laden wir natürlich runter und testen die gleich mal, denn der Timer, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Hier oben war ja beim letzten Ninja Level immer so, dass die Nachkommastelle, ihr seht es, 1, 2, 3, 4, 5 und dann springt sie bei der, also bei der 60 quasi auf die 0 wieder. Und der neue Timer ist jetzt so editiert, dass die bis 99 gehen, die Nachkommastelle, was einfach schlauer ist, weil es sah irgendwie seltsam aus. Wenn jemand 10 Sekunden gebraucht hat, war jemand mit 9 Sekunden 59 halt nur ein wenig, ein mini, mini, mini bisschen kleiner, langsamer, schneller, schneller. Also, obwohl es so, es sah halt falsch aus. Und man hat gedacht, lol, wie kommt man denn da jetzt noch auf 0,5 Sekunden? Aber es war halt nur 0,01 dann. Deswegen neuer Timer, den testen wir gleich mal. Sollte eigentlich easy klappen, wenn das die neue Timer ASM ist, denke ich mal, würde ich die einfach überschreiben. Mal, wo ist sie denn drin? Einfach hier drin, ne? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ja, 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 ja. Da fehlt wieder ein bisschen Knowledge. Moment. So nicht. Dann habe ich hier nicht die Uber ASM hier oben. Das will ich doch. Okay, Level 105 sagt Timer Reset. Das hier. Und in der Library ist der Timer und der muss ersetzt werden. Und jetzt patche ich das Ding drüber. Ist das auch noch die richtige Fahrt? Luna Magic Ninja. Sollte eigentlich. Ja, ja, ja. Ich weiß, manchmal brauche ich nur eine Sekunde noch. Und da ist es schon abgestürzt. Aber wahrscheinlich, weil ich geladen habe. Nach dem ASM Patch sollte man das vielleicht nicht machen. So habe ich hier was zum Speichern. Ja, jetzt ist der Timer. Jetzt seht ihr das, ne? Den Unterschied. Jetzt läuft er wieder richtig rund. Mit N und R können wir noch Resetten. Perfekt. Vielen Dank, Maw. Also hier dickes Shoutout an Maw, der sich diesen ganzen Timer darum gekümmert hat. Also das ist halt. Ohne das wäre Ninja halt totaler Müll. Ja. Also super nice. Vielen Dank. Gut. Okay, das haben wir. Dann kommen wir eigentlich zum witzigsten Teil. Nämlich dazu, dass wir Musik brauchen. Wir brauchen Musik, die irgendwie dazu passt. zu so einem Oldschool Bums. Ich sehe schon da Oldschool. Also vielleicht. Aber das sind alles wahrscheinlich Sachen, die auch Copyright mäßig problematisch werden. Selbst in 16 Bit. Dafür machen wir das Radio mal kurz aus. Weil wir brauchen ja jetzt hier Mucke auf den Ohren. Wir machen mal Retro. Oh, da kommt nicht so viel. Aber ich glaube, ich kann ja auch bei Description Retro machen. Vielleicht besser. So könnte jetzt ein bisschen laut sein. Ja, aber tschüss. Ich bin gar nicht so ganz dumm, aber nervig. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Ein Klassiker, ein absoluter Megaman Klassiker. In 16 Bit würde natürlich gut funktionieren. Aber nicht in 8 Bit. Das ist so krasses Gedudel. Nach Windows? Ja, was soll denn da kommen? Windows ist ein Song oder was? Also das steht nur in der Beschreibung nach Windows. Nein, das geht alles nicht. Spinner. Also nicht so ohne weiteres. Der gute alte Windows Song. Windows 95. Was halten wir davon? Auf der Overworld? Also auf der Overworld können wir das schon mal nehmen, oder? Also wenn man auf die Overworld kommt einmal. Full Tilt Space Cadet Pinball. Nämlich das braucht man doch hier. Wir können ja lauter machen auch im Game. Aber auch ein Tilter irgendwie. Ja, wir können natürlich auch so was richtig langweiliges nehmen. Also so wirklich den Megaman 2 Sound. Weil ich meine, ist der nicht auch Retro? Nein, Metal Man natürlich geil. Ja gut, aber natürlich kommt nicht hin. Ja gut, aber natürlich kommt nicht hin. Nichts hier gegen Wiley, ne? Aber das kann man halt eigentlich nicht nehmen. Das ist verboten, weil das ist halt der Song schlechthin. Den darf man nicht nehmen. Suppenkasper moin! Panik moin! Na, Megaman ist einfach. Der Passwort-Speed. Ja, die sind zu... Die darf man nicht nehmen. Die sind zu gut. Die sind zu gut. Ich hätte aber gerne 16-Bit. Das war... Da waren die Finger falsch. Food. SNS? Du glaubst nicht. Warum die Tower Stage 2? Warum die Tower Stage 2? Warum die Tower Stage 2? Ah, wieso sind Megaman-Songs so krass? Den finde ich auch sehr cool. Muss ich sagen. Den habe ich ja, glaube ich, auch noch nie gehört. Den finde ich nicht schlecht. Ich packe ihn mal da oben hin. Oh. Na gut, der ist natürlich das Beste, ne? Das ist das Beste einfach. Boah, Alter, da kriege ich Gänsehaut. Also, das ist... Ey. Den finde ich so gut. Da würde ich jetzt Megaman-7-Speedruns machen. Boah, ist der gut. Hatten wir den schon für Ninji? Weil der ist ja eigentlich Ultra-Kult. Wie geil die unterschiedliche Meinungen sind. Der wird nicht langweilig oder nervig. Bitte nicht. Ich spiele das nicht. Geil. Lieb ich. Bisschen piepsig vielleicht. Snakeman? Ja, wird es natürlich nur in... Okay. Oder... Ups. Wir können auch mal einfach in die Waiting-Files gehen und da gucken, was seit neuestem hochgeladen wurde. Achso, ich hatte hier noch die Description. Das ist das Problem. Hier, guck mal, wann die erst hochgeladen wurden. Sind die neuesten. 26 der Zweiter. Oh, nicht schlecht. Ich hab mir die letzte Zeit. Ich hab mir die letzte Zeit. Ich hab mir die letzte Zeit. Stimmt. Ja, da fehlt alles irgendwie. Schlimm. Es ist einfach Techno-Party. Nein, danke. Tja, es ist schwer. Aber das ist halt immer das, was so lange, so viel Zeit kostet. Das muss halt richtig... Er muss halt richtig sitzen. Ja, aber was ist denn für Command & Conquer? Was soll das sein? Was soll das für eine Musik sein? Sidecrawler? Gibt es scheinbar nicht. Nicht mal Wonderboy? Ach, ich bin in... Ach so, okay. Wollte schon sagen. Ah, doch. Es wird lahm. Hooded Edge. Was ist das? Ist das ein Creator? Macht ja geile Sachen, oder was, Mau? Der Flair? Das ist der Flair. Mario ist in einem Windows-Level. 95. 1995. Ja. Boah, das geht bestimmt richtig ab jetzt. Finde ich richtig cool mit dem Intro. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich merke schon, das sind wahrscheinlich alles hier richtige Bänger. Der Flair. Mein Gott. das intro zu viel war aber wie ich finde es so geil also natürlich unpassend aber junge war genau die länge spielt keine rolle man den luft der sieben minuten hier ist eigentlich gut weil er dann nicht nach 20 sekunden luft und man wahnsinnig wie er wahnsinnig wird war geil war mega Hey, okay, der ist zu gut einfach, oder? Ich finde das Intro zu lang. Boah, Alter. Der hört ja auch gar nicht auf. Den kannst du dir so anhören. Ey, passt wirklich gar nicht zu Windows 95. Das stimmt. Ey, wir können auch noch von Windows 95 weg. Aber ich will dieses Fass jetzt eigentlich nicht aufmachen. Boah, der ist auf jeden Fall ein richtig krasser Song. Okay, okay, ich muss das wegmachen. Ich könnte die ganze Song nicht sagen. Battle at the Big Bridge ist das. Obwohl hier Heart of Weapon steht. Lost Levels. Aber das ist er doch, ja. Boah, Junge, geil. Junge. Boah. Ich würde auch sagen, also das ist, eigentlich ist es, glaube ich, egal. Was passt schon zu Windows, ne? Hey, Clays, moin. Was geht's? Hallo, Ganove. Oh, der ist doch irgendwie lässig. Das ist die Women Edition. Also, den speichern wir uns mal ab, den guten Dude hier, ne? Hooded Edge. Hooded Edge. Scheinbar eine Maschine. Okay, wir müssen aber mal so langsam. Der ist geil. Wir müssen uns mal langsam eins aussuchen. Mega Man 5, Merz, Mercury State. Was? Oh, Castlevania Remix. Sehr gut, kommt der. Mega Man 11. Mega Man 11. Oh. Den hatten wir schon, aber wie gut ist der Song auch. Ich muss ihn nochmal kurz hören, das ist wirklich der Beste, das ist einfach, das ist einfach zu gut. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich finde ich auch gut. Und es ist aus Kirby, ich meine, es ist doch wohl auch 95. Noch nicht mal. Ich weiß nicht, im Hintergrund geht mir jetzt schon ein bisschen dabei doch auf den Sack. schon viel. Wir müssen nochmal durchgehen. Super Mario Bros. 3 Plumping to the Extreme. Okay, der ist doch mega, oder? Der finde ich echt gut. Der ist doch mehr retro, geht doch gar nicht. Okay, auf einmal Zirkuszelt, auf einmal mitten in der Manege. Das sind SPC Dateien, da kannst du nicht einfach so einen Converter drüber setzen oder so. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Muss man selber machen irgendwie. Oh mein Gott. Das ist aber jetzt auch natürlich kacke hier. Ja, kann man eigentlich nicht machen. Ich weiß auch noch nicht so genau. Also schon geil. Eigentlich dachte ich ja, sei perfekt. Okay, einfach mal blind downloaden. Okay, wir müssen jetzt mal hier was finden. Aber das ist halt das schwerste. Naja, ich finde ihn auch. Okay, beruhige dich. Despacito, ja, oh Gott, die ganzen Uploads. Scheiße, ja gut, der ist schlimm, der Typ. Kirby. Fertig. Ja, Neodarko. Wir brauchen gerade passende Musik. Anthem of Greed. Ach, das ist das? Okay, wusste nicht, dass das aus Vario ist. Okay, komm, wir machen es wieder so. Oh. Oh. Was sagen wir zu Final Fantasy? Ja, aber es muss sich echt lange tragen. Teilweise zwei Stunden am Stück, ne? Ja, schon. Gut, das geht natürlich immer, ne? Das passt ja auch zu Windows, oder? Sollen wir es einfach mal machen? The Moon? Come on. Come on. Weh. 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 Wir machen wieder, dass ihr was einsenden könnt. Und ich suche danach. Achso. Gibt es nicht, hängt schon gut los, hängt schon gut an. Ja, sag mal, mach mal den Windows Song, Fjorda, sing den mal kurz. Ach so, weil ich auch. Na, ok, jetzt weiß ich, welch du meinst, wir auch da doch den gibt's. So, da oben hat man noch Thunder Force, und den hatten wir schon, das ist ja aus meinem Nemesis Level, aus dem, der ist geil, aber hatten wir schon. Oh, nö, nicht nur das, nö, nö, auch von modernen Spielen in 16-Bit konvertiert oder so. Ah, ist mir auch irgendwie, liebe ich auch nicht so. Ich habe schon 40 Minuten verbraten, ey. Das ist das Problem. Musikauswahl ist immer ganz schlimm, aber es ist halt auch so wichtig. Wenn man drauf scheißt, dauert jetzt zwei Minuten, aber dann hast du halt auch Rotzmucke. Was war denn das hier? Warum habe ich den denn? Weiß ich nicht, warum ich den hier hatte. Ja, jetzt ist es unmöglich. Dave the Diver. Geil. Ey, ich habe das Gefühl, der 7-Minuten-Song, ey, den verbrät man sich für ein anderes Ninja. Oder? Aber auf der anderen Seite könnte es ja sein, dass extrem viele dieses Ninja spielen, weil das leicht ist. Und das wird also extrem viel gehört. Vielleicht muss hier auch ein guter Song hin, einfach. Kann das sein? Der war schon geil, ne? Aber finden wir den jetzt wieder? Sieben Minuten. Hier, danach können wir eigentlich schauen. Das war doch von ihm, oder? Ja, nichts mit sieben Minuten. Oder war das nicht von ihm? Oder war das auf einer anderen Seite? Tja, jetzt stehen wir da. Finden wir nicht mehr wieder. Zeiten stimmen, nicht? Stimmt. Achso, das ist der Loop-Timer. Verstehe, ja? Das war's, ne? Malke will den. Schön Amiga. Oh, der Bass, mein Trommelfell. Junge! Ja. Ah, Lotus hatten wir bestimmt auch schon. Also, Lotus hatten wir viele. Oh, ne, ich find der klingt grausam. Der klingt alles so dumpf. Wo war denn jetzt der Sieben-Minuten-Song? Der hier? Das Intro war so lang, ne? Ich bin auch alt und kling' nicht dumpf. Ich bin auch alt und kling' nicht dumpf. Ich bin auch alt und kling' nicht. Und wie ist das Gefühl, Leute? Ja. Vor allem ist der so lang, ne? Also ist der so unterschiedlich. Boah! Ja, passt schon eher zum schweren Level, das stimmt, aber... Boah, Junge, der kriegt Gänsehaut. Boah! Hey, der ist schon krass. Boah, Plebsident! Update. Okay, komm, wir nehmen den. Aber welcher war es jetzt? Der hier, ne. Ja. Wo ich das nicht mag. Also klingt schon geil! Aber es wird auf einmal so lahm! Boah, ist das nicht doch einfach viel zu krass? Okay, komm, let's go, sonst bauen wir ja nie, der hat wahrscheinlich 6000 Gigabyte, kann das sein? Ich habe noch nie so einen großen Song irgendwo gesehen, noch nie benutzt. Okay, die Samples sind wahrscheinlich schon, ja, okay. Okay. Ach. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der sich anfühlt. Und dann in diesem Low, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das Windows Ding doch weg, Leute. Das sind verschiedene Versionen. Ist das so? Braucht man die gar nicht alle, die Dateien? Ach, hier, klar, weiß ich doch eigentlich. Stimmt, das waren die, die man da aussuchen konnte, ne? Ja, 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 gut, aber eigentlich ist es ja wurscht. Ich hatte das oben genommen, ne? SMW-Compatible? Warum heißt das denn nicht SMW-Compatible? Das ist schon ein bisschen zu episch irgendwie für so ein Velo-Level, das. Ich weiß nicht, aber ja, okay, let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Schau mal, wie sieht denn das aus? Das ist, glaube ich, gar nicht so easy zusammenzubasteln. Okay, nur die Kante hat das Schwarze. Das heißt, eigentlich muss das hier weiß sein. Und das dunkel. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Schon haben wir das Slope, ja. Aber warum ist die jetzt hier noch schwarz und hier war... Also, das ist doch nicht richtig. Okay, check ich gleich aus. So, wir brauchen die auf jeden Fall hier noch. Wir können die... Wie können wir die mirroren hier? Aber passt das, wenn wir das so einfach flippen müsste, ne? Das können wir ja eigentlich hier wunderbar machen. So, schon haben wir doch eine Slope. So, schon haben wir doch eine Slope. Oder habe ich jetzt irgendeinen Denkfehler? Chat. Also, wie wir die bestimmen, wird natürlich noch interessant. Aber wir brauchen natürlich auch noch das Innenteil oder ist das einfach das dann? Ja, da haben wir diesen kleinen Pixelfehler. Wir haben ja genug Platz in der Grafikdatei. Okay, warum ist das denn ein Problem, wenn ich den jetzt hier hin mache und den da dran? Warum kann ich nicht einfach... Das hier... Ach, Mann, Alter. Mein Gott. Da dran machen. Was ist jetzt hier der Fehler? Da fehlt das eine Weiße, ja? Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein Teil hier, wo in der Ecke noch oben weiß ist. Wenn ich das jetzt da dran bastle, müsste das doch dann so das Teil sein für das Innere, oder? Ja. Okay. Ja, ja, das war das Problem. Okay, schon hätten wir Slopes. Jetzt ist nur die Frage, ähm, ich mag, also die Slopes, ich hasse es, die Slopes, das klappt halt irgendwie nie. Im Moment machen wir hier Slopes vorgefertigt bei den Blöcken. Normal Slope, Upside Down. Okay, die Grafiken sind halt leider verkackt. Steep Slope. So, das heißt, das hier... Wo sind wir denn jetzt hier? Das hier. Das hier. Das ist Slope. 1AA muss das sein, oder? Aber es gibt halt offensichtlich einen Unterschied zwischen normaler und Steep Slope. Steep Slope Ride. Das ist ein anderer jetzt, ne? Jo, das ist halt das Problem. Okay, 1AF muss nach rechts gehen und 1AA nach links. Das heißt, das hier muss 1AA sein. Und das hier muss 1F... Äh, AF? FA? FA? Was? 1FA? 1AF? Drück mal Steuerung und F2. Oh, lol. Das kenne ich gar nicht. Danke, Moor. So, aber ich meine, dieses Teil braucht auch eine besondere Markierung, ne? 1 E 2. Ich glaube, wir müssen uns dieses Slope einmal ganz unten bauen. Warum hast du so ein Rauschen im Ton? Habe ich, Twitnik? Ich glaube, man muss sich die einmal hier unten komplett bauen. Wir haben ja hier genug Platz. Also ist ja easy peasy. So, der muss ja sowieso in alle Richtungen einmal dahin flippen. Und dahin flippen. Dann müssen wir den noch hier auf Y flippen. Obwohl, in die Richtung werden wir es nicht brauchen. Aber wir machen es jetzt. So. 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 Das ist doch jetzt dieser Aufbau von dem Teil. 3 mal 2, um eine Slope zu machen. Richtig? Weil der Rest ist ja jetzt easy. Und den flippe ich jetzt hier hin. So. Und jetzt müssen wir hier gucken, was der hier benutzt in dem Ursprung. Wir haben hier 1 AA. Und das ist auch 1 AA. Und drunter ist 1 E 2. 1 AA. 1 E 2. Das ist 1 AA. Dann ist das 1 E 2 wahrscheinlich, ne? Ja. Und was ist das? Die 3 F. Muss das so sein? Oder ist das einfach nur ein... Ich meine, ich kann es ja machen. Also muss der hier 3 F sein? Ne, ist egal. Okay. Das heißt, das kann trotzdem einfach 25 Luft sein. Oder ein Cementblock. So, das heißt 1 E E. Aber unter dem 1 E E muss immer 1 E 2 sein. Richtig? So. Jetzt müssen wir natürlich mal unsere Slope testen. Ob die auch geht. Ja, okay. Aber soll das so sein? Oder kann ich das verhindern? Irgendwie sieht die auch nicht so aus wie der Boden hier, ne? Das ist doch nicht richtig. Es muss eine andere Farbe haben. Das muss auch, glaube ich, dieses Helle sein. Ja, müsste man überlegen, ob man das Teil hier... Aber es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Wie kann ich denn verhindern, dass ich hier unten langlaufen kann? Müsste dieses Teil dann noch eine Slope sein? Wie kann ich den Spieler denn zwingen, dass er die Slope nehmen muss? Das hier ist ja jetzt einfach 130. Was ist denn, wenn ich so einem Teil jetzt auch noch einen Slope-Ding geben würde? Also 1 E E. Äh, 1 A A. Und das da platziere. Ist irgendwie dumm. Achso, weil das noch auf ist. So. Ich will ja nicht, dass man da drunten einfach herlaufen kann. Ne, das ist natürlich Quatsch. Das ist ja mein Problem. Oder ist das in Vanilla so? Oh. Ja, ja, ist Meck. okay aber ja dann ist das jetzt unsere slow das heißt die brauchen wir noch für rechts und dann ist alles gut also die spitze ist 1 af und da drunter also der blog ist 1 e 4 das ist dann 1 af 1 e 4 nicht f und das ist einfach zement ok nein slopes machen aber das spiel auf jeden fall also es ist muss so sein also wenn ich hier jetzt die kante dran machen würde wie würde das denn aussehen ja könnte man machen also es wäre natürlich sehr aber ja es ist auf jeden fall grafisch korrekt aber slopes also wir machen den einfaches ninja wo nicht viel passieren kann wenn da keine slopes drin sind du musst dann irgendwo dinge haben wo gute spieler ja herausragen können da sind es glaubt schon sehr hilfreich ich weiß auch nicht ob ich das hier als wein nehmen würde sondern lieber einfach nur als was jetzt passiert okay dann haben wir jetzt auf jeden fall die grundlagen wir können mal gucken was brauchen wir wir nehmen auf jeden fall natürlich wieder die bus blöcke das ist ja mal ganz klar können wir auf jolo schon mal platzieren es gibt die farb palette jetzt so standardmäßig her ohne großen edit also für die one way die one way sind maximal schäbig könnten wir natürlich schon grün nehmen aber sticht schon sehr mit dem hintergrund da schon eher sowas nehmen hier und für die one ways kann man gucken ja vielleicht werden wir keine one ways brauchen wir haben keine schätze geben oder so okay ignorieren wir wir haben aber zwei schalter aber durchaus noch mal palette wechseln können finde ich eigentlich gar nicht so schlecht aber das wäre natürlich das klassische das passt eigentlich ganz gut die hätte ich auf jeden fall gerne mancher passen auch ganz gut hier sieht die palette auch ordentlich kaputt aus okay das sieht nicht gut aus ja super haben wir im blau okay das ist alles gut gut jetzt los sagt man guy die grüße was für eine mucke was ist das gerade number of the beats ist ja aus diesem radio vampire killer einfach die x-buttons zu mancher ich x buttons du meinst das hier da könnte man schon ein paar spiele reinmachen richtige sekten stimmung ich sag's dir ja also das wird ja wie gesagt das soll ja das soll ja ein easy lan level werden wo jeder mal ran kann die windows flagge könnte geister sein ja aber der blogs wird schon viele sachen klasse schalten hier jetzt ich glaube auch hiermit kann man nicht wo hiermit kann man eigentlich sehr easy doch bauen platzieren wir die mal nach oben und wird mit nur einfach loslegen auf doof wie immer slow würde ich mir auch mal da oben platzieren ok jetzt die frage mache ich von anfang an wieder dienstin semen style das ist eigentlich das schlauste zum bauen sieht halt am anfang maximal scheiße aus aber ist zum bauen am einfachsten einfach um am anfang nur erstmal will gates als skin mal hier bei lunamagic brauche ich echt einen controller halter ja boost block ist doch wirklich okay oder also das ist ja wohl es soll ja es soll ja nur leicht sein es soll ja nicht anspruchslos sein wie soll ich sagen es soll zugänglich sein für jeden egal wie viel mario erfahrung aber es soll halt nicht komplett dumm sein so jetzt kennen wir natürlich schon den trick mit dem speed behalten wenn man das möchte können wir auch hier ganz gezielt einfach so einbauen dass man hier schon mit spins die geschwindigkeit behalten kann wir müssen das ja leicht machen aber es soll ja jeder spielen können so ich kann jetzt jetzt hier bleibe ich jetzt mal ganz klassisch so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habe ich hier irgendwas mit der Anzeige falsch? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, glaube ich bin natürlich dumm. Ja, klar war es. Es klappt so nicht, wie ich es mir denke. Das ist Quatsch. Es hat auch keinen guten Flow, muss ich sagen, mit dem Spring da. Deswegen würde ich das eigentlich lieber anders machen wollen. Da muss was anderes runterfallen als ein Spring. Ich finde den Spring sehr lahm. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt schon sowas wie ein... Ich habe ja schon,ATH bewahrnehmend点, wie es mir klein ist. Weiter muss was Motorrad passen. Da geht euch einmal zurück. Ja, ich habe heute dort linkiert. müssen wir mal schauen ich will dass es schon flowig ist das war gerade ein bisschen mit dem spring problem ist hier wenn man es oft glaubt wenn man es verkackt nage ist muss es überhaupt so hoch sein Evox, moin! So, wir brauchen eine Key-Door. Dafür brauche ich erstmal Grafiken. Habe ich irgendwo Key-Grafiken? Irgendwo habe ich sie wahrscheinlich schon mal benutzt, aber das ist ja jetzt leider nicht das... Naja, das ist ja nicht das Ding. Ich glaube, die müssen wir neu runterladen. Ich brauche ja nur die Grafiken-Key. Ich gebe einfach Key ein. Das müsste ja schon reichen, oder? Hä? Memory-Base-Conditional-Map-16. Okay, das war was ganz anderes. Der Cäsar lacht mich auch sehr an. Äh, noch nicht. Aber ich werde dazu auch ein bisschen was im Stream sagen, Dingo. Also, ich glaube, die sind schon alle sehr nice. Der Cäsar klingt auch sehr mächtig, finde ich. Ja, noch nicht. Ich glaube auch, dass du da so viel nicht falsch machst mit und ich meine wir haben auch die lock hier schon scheinbar doch nicht doch die 236 230 und 231 top bottom 230 231 ja 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 Das war's für heute. kriegst du das für 37 nach ich hätte gerne nicht den scheld im screen shake da komme ich nicht drum rum weiß nicht ob das was ändert das liebe ich nicht der shake nervt mich dann würde ich glaube ich lieber hier quasi so eine brücke bauen er muss ja nicht noch mal wieder kommen es geht ja nur darum dass das ja 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 ich will ja nur dass man kurz also dass man hier wieder zeit sparen kann indem man möglichst schnell an dem vorbei so wir könnten das auch noch schneller machen er soll ja nur ein hindernis sein aber nicht da der ganze zeit in den screen schicken lassen dass er komplett um aber bremst nämlich jetzt so überhaupt aus ja gut ich mag zum beispiel nicht dass das hier so niedrig ist will dass man für den flow da so durch sprengen kann das so kurz Musik 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 Das fühlt sich schon hier ein bisschen kacke an. Musik 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 Wir könnten jetzt... Musik 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 Natürlich maximal dumm, was ich hier tue. Ja, der Bomb ist ein bisschen nervig. Vielleicht lasse ich den von unten kommen. Ist das vielleicht auch eh viel besser? Wenn das ein Up-Bomb wird. Sky, have you ever created a level with Lunar Magic for SMW? Okay. weiß nicht wie der platziert sein muss das muss jetzt erstmal abchecken das sind dinosaurier wohl ich danke für das geschenk ganz klar ist der jetzt eine bedrohung glaube ich muss ihn auf jeden fall ein bisschen tiefer setzen damit der eine ist oder sonst könnte ich halt auch oder ich kann jetzt drüber spinnen glaube ich kann nicht drüber spinnen oder darf auf jeden fall oben nicht öffnen jetzt muss man gucken dass das hier natürlich im warte mal an aus an das heißt es ist andersrum und der ist der falsche bei und 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 music goes hard yeah actually this is the radio denga music actually it's quite good but it has a too long the intro is too long in my opinion this is not just a sound also I think let's see if we have to talk about the song we have to talk about the song we have to talk about the song and then we have to talk about the song Gut, da habe ich jetzt nichts anderes. Ich habe kein Instrument. Ich kann ja nicht schneiden. Das ist halt nicht einfach eine Sounddatei. Dann würde ich natürlich innerhalb von einer Sekunde schneiden können. Aber das geht halt leider nicht so. On the fly. Ich frage mich, ob hier jetzt zu wenig Boost ist. Oder ob ich hier vielleicht... Das wird sehr tricky. Einen Boost mache. Um dagegen zu rennen. Mit neutralem D-Pad dann möglichst schnell nach rechts zu gehen. Wäre wieder leicht. Also keiner hätte ein Problem damit. Auch Anfänger nicht. Aber ich glaube, gute Spieler könnten hier wieder Zeit rausholen. Okay, jetzt ist der Sound doppelt. Das ist eigentlich geil. Aber dafür müsste der Schalter näher sein. Habt ihr es gesehen? Das sah jetzt so super easy aus. Aber ich glaube, mit dem... Mit dem Boost-Block hier kann man da eine geile Kombo machen. Also ein geiles Setup haben. Was eigentlich natürlich super easy ist. Und jeder kann es. Aber wenn ihr schnell sein wollt, mit dem neutralen D-Pad dann wahrscheinlich ein bisschen tricky. Ja, das ist geil. Okay, die Slops klappen richtig gut. Not. Ich glaube, wie gesagt, das Intro ist mir zu dröge. Oh, das ist gut. So, irgendein Anfänger hier, der gerade sagt, das ist zu schwer. Also es gibt eigentlich keine Stelle... Also man kann natürlich hier den Thomp rennen. Aber das wird auch vielen passieren wahrscheinlich. Das Problem ist, dass da der Schlüssel vor ist. Das fühlt sich halt kacke an. Eigentlich müsste der Schlüssel hier oben sein. Weil dann ist es egal, in welche Richtung ich hier gucke. Ich glaube, dann kann man den... Und der muss weg, der Block. Es sind so Kleinigkeiten, aber... Ja, auf jeden Fall. Hier ist halt die Frage, ob ich hier lieber einen kleinen Tunnel will. Oder ob der auch einfach auch wegkommt. Schlau Basis. Wenn ich den hier früher mache. Aber dann ist das nicht ein Sprung. Ich meine, dass man hier stirbt, das wird passieren. Das wird auch das erste Ding sein. Wahrscheinlich, wo auch gute Spieler versuchen, Zeit rauszuholen. Ja, vielleicht ist es dann doch geiler, den hier oben zu platzieren. Damit es wirklich nur so wenig ist. Aber dann ist es halt so gut wie gar nichts, was du abbremsen musst. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn du ganz rennst. Ich glaube, selbst dann trifft er dich nicht. Du kannst einfach rennen. Das ist halt... Okay, das ist dumm. Das soll ja so nicht sein. Aber ich will ja auch nicht, dass man drüber springt. Ja, aber... Ja, aber... Jetzt sieht es halt kacke aus. Aber ich will halt verhindern, dass der Spieler hier drüber springt einfach. Denn die Frage ist, ob das überhaupt geht. Weil ich kann ja mal versuchen, ob ich jetzt hier über den... Dann machen wir hier einen Safe-State sozusagen. Ob ich da rüber springen kann. Ja, und wenn ja, dann haben wir halt wieder so Cheese-Scheiße, ne? Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube nicht, dass man darüber springen kann. Das ist halt die Frage. Ähm... Ne. Das ist nur mein Streaming-Zimmer. Das ist ja nicht mein Wohnzimmer. Das wäre ein komisches Wohnzimmer. Ich glaube nicht, dass man... Also ich glaube, ich kann... Also ich glaube, ich kann das einfach ignorieren. Ich sage das jetzt. Ja, aber come on. Ey, gibt es irgendjemand in dem Chat, der sagt, hier kann man rüber springen? Also das könnte halt passieren. Aber dann bringt halt nichts. Ich glaube, das kann ich getrost einfach so lassen. Ich glaube, das kann ich einfach so easy lassen. So, ich werde auf jeden Fall auch wieder so Schienen pixelen, damit man sieht, dass der Thromp nach oben geht. Limburg, moin. Ja, für mich auch. Für mich auch. Ich sag's dir. Könnte ich auch einfach eine Wolke nehmen, ne? Das ist mir hier fast ein bisschen zu weit. Also die Entfernung... Das hier müsste eigentlich näher ran, aber es klappt nicht so sehr. Müsste das hier näher ran, das hier, das hier und das hier. Dann geht's. Und dann nicht mit Spin-Jump darunter springen. Jetzt genau, das ist das Problem. Der Scroll ist schlecht platziert. Oder, oder... Na, müsste man jetzt mal von Anfang probieren. Treffe ich den Schalter oder ist der dann off-screen? Ne, den treffe ich. Okay, das ist egal. Ich glaube, das kann man so machen. Shelljumps wirst du nicht brauchen, nein. Super. Das ist nice. Das fühlt sich gut an bis hierhin. Sieht nur scheiße aus, aber ja. Juckt ja kein. Noch nicht. Sehr anfängerfreundlich. Soll es ja auch sein. Soll es ja auch sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, die macht sich da ganz gut. Die Banane muss ja da sein, oder Leute? Ohne Banane ist ja richtig cringe. Die Banane muss ja da sein, oder? 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 Wow. Ja, okay, der Thwomp wird der Killer. Hä, warum, warum? Ja, okay, der Thwomp wird. Ja, okay, der Thwomp wird. Ja, okay, der Thwomp wird. Nee, macht keinen Sinn, was ich da jetzt gerade gedacht habe. Ja, okay, der Thwomp wird. Vielleicht ist das komplett dumm. Ich weiß es noch nicht. Okay, ich wollte mal was ausprobieren, aber ich denke... Kann man hier irgendwie Zeit sparen? Kann man das besonders gut machen oder schlecht? Ganz weit oben beim Thwomp noch Mario Solid Blöcke hinmachen, dann kann man nicht über das Level hinaus spinnen. Ja, das stimmt. Bringt das hier irgendwas? Ah, ich hätte eine Idee. Das würde was bringen. Okay, vielleicht ist das jetzt komplett dumm. Wenn wir den entfernen, wenn wir den entfernen hier, den auch. So, ich mache jetzt alle mal einzeln. So, der geht nach rechts, der geht nach links. Das heißt, wenn ich hier eine Banane läge und hier auch. Nee, falsch rum. Und Sprites und zu viele Sprites. Okay, logisch. Und Sprites und zu viele Sprites und zu viele Sprites und zu viele Sprites. Hä? Hä? Eigentlich unmöglich, da von der Banane getroffen zu werden, ne? Aber die fallen jetzt auf denselben Block richtig. Das macht gar nichts. Okay, okay, okay. Vergessen wir's. Vielleicht war das eine gute Idee mal irgendwann, aber jetzt nicht mehr. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Also wenn ich den auf 0 lasse, dann fliegt der instant runter, einfach nur straight senkrecht runter, oder? Okay, das finde ich gut, weil das ist schön schnell So, die könnte ich natürlich unsichtbar machen gleich, die 1F0s Jetzt ist die Frage, wie cool ist das mit Bananen? Oder ist das übertrieben? Okay, die Plattform bleibt natürlich auf dem 1F0 liegen Logisch, weiß ich ja Ich fürchte auch, dass ich das nicht verhindern kann Ja, bin ich gerade dabei zu überlegen, wie am besten Eigentlich finde ich das geil Am besten wäre es, ich würde einen Switch aktivieren Hier oben, den alle Also den man dann Also auf jeden Fall Der hier getriggert würde Obwohl der ist dann so umgelegt Das ist richtig, der ist offen Oder? Ja So, der würde hier getriggert Und hier würden Bananen jetzt von oben fallen Muss natürlich so getimt sein Und das Problem ist, dass die hier schon spawnen werden Wahrscheinlich Das müsste man mal ausprobieren Ob einer reicht Naja, das ist natürlich dumm Weil wir sind auf diesem Switch State hier Jetzt muss man mal ein bisschen basteln So, ich glaube, das ist der richtige Switch State Jetzt könnten sie schon fallen, ne? Wo sind sie denn? Ne, die fallen erst jetzt Okay, das ist natürlich dumm Das bedeutet aber Achso, sie sind natürlich da drauf So, ich denke, sie müssten jetzt noch Also normalerweise wäre der Switch State ja der hier So So Und jetzt werden sie Hoffentlich sind sie jetzt auf dem oberen Das kann ich jetzt nicht sehen Aber das wäre Voraussetzung Dass sie jetzt noch nicht fallen Ja, genau Und jetzt würden sie fallen Wenn ich das hier einsammle Okay, und das kann man natürlich timen Entweder mit Wasser Oder wie auch immer Und jetzt kann ich natürlich alles noch schön machen Darum geht es jetzt ja gar nicht Die Frage ist nur Was passiert, wenn ich auf der Plattform überhaupt Was passiert denn da, wenn ich getroffen werde? Bleibe in der Luft stehen Das ist also genau das, was ich eigentlich will Kann ich das nicht einfach so lösen? Ich weiß nicht, wie der Spawn ist Ab wann Spawnt es nicht mehr? Weil es zu hoch ist Oder gibt es da kein Limit? Ins Vertikale Ich meine nicht, ne? Das spawnt alles, oder? Hm, das spawnt alles Okay, die bleiben natürlich da unten liegen Achso, das kann ich ja verhindern Da muss ja hier unten nur ein Sprengenzinn Okay Ich teste mal Ob die jetzt irgendwie im Weg sind Oder nicht Ja, äh Danke, Refi Ja, hat Spaß gemacht Also ich frage mich, ob ich überhaupt schaffen kann Nicht getroffen zu werden Also das geht natürlich, aber das ist ja dann nicht schneller Hallöchen, Schneckbärter Ah, und die Banane hat den Schalter umgelegt, ne? Lieb ich auch nicht so Bin noch nicht überzeugt Muss ich gestehen Hm, wohl das war jetzt schon clean, ne? Okay, die reißt mich sogar mit in den Tod Interessant Wenn du links stehen bleibst auf der Plattform und zwischen den Bananen durch musst, ist das cool Hm, finde ich jetzt eigentlich ist es so nice Mich stört ein bisschen, dass sie mich in den Tod reißt Naja, und dass die Banane den Schalter triggert Das macht mich auch wütend Die Frage ist, muss die da überhaupt sein Oder soll ich die Banane Vorher vorstellen im Level Ich hab ganz bewusst jetzt nicht einführen gesagt Ins Level Ich könnte die Banane natürlich auch dort irgendwie ins Level einführen Ich glaub so ist man zu schnell, ne? Oder käme ich jetzt drunter her sogar Ich glaub jetzt hätten mich die Bananen überhaupt nicht behindert Es ist halt schwer, äh, für alle Für alle, ähm, verschiedenen Skill-Level Jetzt die passende Das passende Timing für die Bananen da Zu finden, ne? Maverick, was geht? Moin Was meint ihr? Pudel oder dumm? Ja, jetzt kann man wahrscheinlich nicht mehr drunter her Ja, jetzt, ja, das ist halt die Frage Ist das geil? Das war natürlich Quatsch, was ich gemacht hab Natürlich genau in die falsche Richtung Also so kann man jetzt nicht mehr drunter her Jetzt müsste man, glaub ich, dazwischen her Ja, da muss man warten Das ist auch dumm Ich glaube Ich lass doch die andere Variante Also das war's, ne? Weiß auch nicht, ob die Banane da nicht irgendwie scheiße ist Puh... so jetzt müssen wir mal gucken ob man das gut hinkriegt hier mit einem spinn durchzukommen kriegt man gut hin die frage ist auch wenn man die geschwindigkeit behält dann passt der jump dann nicht Das ist gut. Das ist gut. Das ist die Pianomusik, wunderschön, oder? Das ist die Pianomusik. Das ist die Pianomusik. Das ist die Pianomusik. Das ist die Pianomusik. Das ist natürlich maximal dumm. Das ist die Pianomusik. Okay, bei was für einer Zeit sind wir jetzt? Ungefähr 10 Sekunden oder schon 12, 13, 14 vielleicht? Ja, die Banane muss da weg, das ist ja Killer. Okay, mit vielen Fails 15, aber ja, die Banane hier ist glaube ich shit. Ja, das ist die Frage, lassen wir sie vorher weg und keiner weiß, was mit der, ja, dann kommt die Banane halt erst da, wo man fällt, ne? Wo ist das Problem? Okay, das war jetzt richtig schlecht von mir. Okay. Also das Besondere an einem Ninja-Level ist, dass es Speedrun-tauglich ist und von der Community dann gerannt wird. So soll halt, das soll jetzt relativ simpel sein, jeder soll da spielen können und alle sollen dann da versuchen, die Bestzeit zu holen. Da muss ein tiefer hier noch, ne? Wo der Schlüssel ist unten rechts in der Ecke, was meinst du? Hm, nicht schlecht eigentlich, ja, ja, gar nicht so doof. Soll das, was meinst du? Okay, bin ich jetzt damit zufrieden bis dahin? Schon ein paar tricky Stellen auf jeden Fall. Kommt drauf an, wie du so spielst. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man hier so einen Tunnel hat, wo man die Geschwindigkeit beibehalten muss. Und da muss man mal gucken, wie das so gut passt, dass man dann irgendwo wieder nach unten fällt. Wissen Sie, was ich meine? Nein, also da immer im richtigen... Nein, 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 nein. Ey, alles entspannt. Auf keinen Fall macht er das. Ich guck einfach nach was anderem. Ich guck nach einem anderen Song, der auf Anhieb irgendwie besser passt. Nein, das ist alles nicht so easy, wie es aussieht. Ich guck mich. Ich guck mich. Ich guck mich. Ich guck mich. Een, zwei, drei, drei... Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und einmal richtig gut durchkommen wollen gerne 13 84 welt die pipe und das war jetzt schon gut klassiker machen für ein bisschen verzögerung was ist das jetzt für eine mucke porten ok die sind so was ist das komplett dumm ja ist eigentlich geil ich glaube jetzt immer noch schneller ja hier diese problematik sehe ich ein bisschen besser wäre das er misst nicht dass wir so eine zwölfer pipe haben oder so oder ja 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 im besten fall heute also unter also eine zwölfer zeit sehe ich eigentlich noch nicht aber wie gesagt ich sehe ja auch noch ich sehe auch noch kein schieß aber bei so einem simplen level ist ja eigentlich auch nicht so viel schieß möglich sage ich meine aber das war perfekt ja okay gut der der zimmer reset block muss natürlich noch hin ja das ding ist halt die die pipe unten ist ein bisschen brutal die frage ist müssen da überhaupt mancher sein also dann hätte ich eine zweite chance wenn ich von der pipe fallen glaube ich glaube ich ja man könnte dann immer noch rein das ist doch eigentlich besser oder dann gar nicht mehr ich könnte hier ein kaiser block auch hinsetzen ja wenn man wenn man dann kommt man gar nicht mehr rein dann ist es halt so ich meine das ist doch easy wenn du jetzt auf krampf rein rein ist ja dann willst du natürlich wenn das jetzt einfach super easy spielen willst dann passiert dir das ja nicht also du kannst glaube ich einfach straight auf der plattform ganz doof nach rechts halt denke ich naja also und wer da jetzt versucht als anfänger und sagt ich will mal versuchen schnell da rein zu gehen der fällt dann runter und springt halt einmal kurz und ist halt wieder drin ich glaube das ist besser so den mancher lasse ich für reset aber es macht keinen sinn weil man l und r drücken kann also ist auch quatsch ja irgendwie ist der mancher richtiger ne damit man zeigt hier hey ich weiß das ist ein soft block das weiß ich bevor ihr flamen könnte auch so machen wir können auch eine banane da unten hinlegen ich glaube dann kriegt man die plattform nicht mehr man das wäre dat ist wenn du das wäre wir können gar stops Suppe haben ja got Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, am Ende kommt ein Kaizo-Block, 100% Okay, aber ich denke, das ist jetzt die erste Hälfte Aber jetzt habe ich echt ein Problem mit der Musik, Leute Die gefällt mir nicht Wir dürfen da jetzt nur nicht zu lange drinnen rumsammeln Das ist einfach ätzend Die Musik, das Intro ist scheiße Wir brauchen einmal kurz einen Banger Wie hieß der Dude? Hier Pass auf Warum finde ich nichts? Achso, ich bin in Versace Island Okay Das ist mir auch zu laden Das Intro ist halt so Das ist wie ja nicht Das finde ich eigentlich ganz cool, weil man am Anfang ja fällt Aber das ist halt kein Song, sondern nur dieses Auto Ich gehe mal auf die 7 Den hatten wir auch schon, der ist aber auch mega Der Wiley Wars, Metal Blade Wir haben einen Song, der eigentlich geil ist, aber das Intro ist zu lang und beim Spielen merke ich, es ist nicht gut Wir brauchen einen Song Zum Beispiel sowas Erster Part ist da Erster Part ist da Ja, aber ich habe ja auch noch dreieinhalb Stunden 2 für Teil Part 2 Hallo Mauser Ich muss mich mal gucken Danke sehr Mauser, danke, 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 ich habe auch Bock drauf Stimmt, was war mit dem Moon Theme? Hat auch ein Intro, ne? War das nicht von ihm? Ach, ich habe auch mal bei Arthur hingekommen Ach, ich habe auch bei Arthur hingekommen Das war ich denn nicht von ihm Ich glaube, ja, wird geklämt, das stimmt, ne? Den hatten wir auch schon, hatten wir auch schon gehört Ne Fall Roro wollte den auch unbedingt Ich fand den irgendwie zu Oder einfach Power Rangers Weiß ich, er war mir zu piepsig, Engine Obwohl er auch natürlich cool ist Ich glaube, es ist nicht so cool ist Ich werde dir sagen, wie ich sie gesehen habe Auch wenn der Kilo wenn das intro von rocky sein ist auch so viel zu lang wann geht es da mal los nach 20 sekunden ja das ist das größte problem die musik ist immer das einfach größte fucking problem ja was soll ich machen zement blöcke es wird auch echt arbeit das gleich zu verändern befürchte ich obwohl ich glaube dass windows tileset noch sehr angenehm ist natürlich sagt das nutzen bauen f-zero ist so wie megaman leider irgendwie geil aber komplett weggelutscht voll airman geile mucke aber auch das intro storm of angels natürlich auch ein bisschen witzig hier ist wächst akita danke für den rails willkommen vielen herzlichen dank ich muss jetzt mal was ausprobieren auch wohl das ist quatsch vergesst vielen dank für den red wir bauen hier das nächste ninja level ja f-zero beste mucke aber wie gesagt sehr ausgelutscht oder metroid 2 oder mal mit doom Das ist das Song. Ralf Zero ist schon thematisch, natürlich nicht das Schlechteste, was man machen kann. Das klingt halt auch nach Rennen, ne? Ich finde die auch nicht so schlecht. Das finde ich auch sehr cool. Der sagt mir jetzt irgendwie nix, aber... Ja, den finde ich auch richtig gut. Wir testen mal. Ja. Oh, doch, der klingt geil. Wie heißen jetzt? Sleet. Da. Oh, das ist ja. mal schauen wir also sich so anfühlt alles zu leise ja der ist zu leise oder er ist auf jeden fall zu leise der muss ein bisschen mehr ballern ja 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 es gibt ja kein seit man nicht so ist auf jeden fall die bessere variante level so zu bauen das ist die das ist auf jeden fall das hier ne das triggert so rein und das auch okay also es gibt schon ein paar triggersachen und der auch die frage ist jetzt erstmal part 1 um ändern die blöcke ich glaube die blöcke jetzt geht schnell um ehrlich zu sein weil das windows tileset schon sehr easy ist also das hier ne ich glaube den würde ich auch noch entfernen hier den block obwohl weiß ich nicht ja also das sieht jetzt alles wieder so easy aus ne aber da könnte jemand spielen der überhaupt keinen plan hat da unten auch durchzukommen auch nicht leicht das sieht alles wieder so jahre da kommt jeder in 15 sekunden durch das ist halt ein bisschen doch aber 14 07 puh das war schon richtig guter run also ja ja also selbst wenn es eine sekunde kürzer ist oder so das ist ja ich glaube diesmal wird es halt auch wild nubig von auch teilnehmer ähm bin ich mir sehr sicher und das ist schon okay denke ich okay wir machen jetzt mal dieses windows ding mal gucken wie geil das wird müssen wir nur gucken was wir hier raus machen dann sollte das natürlich auch ein solid sein wir können mal schauen ob wir wir können wir halten das mal solid und ich habe keine ecken oder doch doch habe ich hier ja habe ich die hier sind die das ja okay nice ja dann ist das dann ist das super easy zu verbauen machen wir erstmal auf den bildschirm hier ja aber das ist natürlich jetzt ein bisschen krampfig ja 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 das ist das wird glaube ich sehr krampfig weiß ich noch nicht ob ich das so liebe goof IF 21 1 2 2 ja 2 4 5 2 3 5 5 5 5 6 6 100 8 7 5 Untertitelung des ZDF, 2020 Man könnte natürlich oben auch noch die hin machen, die können natürlich auch manchmal ganz witzig sein, die müssen natürlich dann eher dahin. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Oder ob das einfach irgendwie zu nackt ist. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Na trotzdem dankbares Sprite Set, also ist schon easy zu platzieren, würde ich sagen eigentlich. Das war's. 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 Also viel zu viel Grau da oben. Aber ansonsten finde ich es eigentlich sehr nice, muss ich sagen. Also das hier oben ist natürlich... Das ist Wall of Grey. Nenne ich es jetzt mal. Das mag ich gar nicht. Ich glaube, hier muss man einen Cut machen. Hier könnte natürlich jetzt auch ein Ninja drinnen sitzen und sagen, hier liebe Grüße an. Irgendwie so, keine Ahnung. Grüße an die Gamescom oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Das könnte man eigentlich nutzen für irgendwas Witziges hier. Das war viel zu viel, viel zu viel. Das Problem ist, wir haben nicht diese doppeltseitigen. Die müsste man dann eigentlich auch pixeln. Aber das ist ja jetzt nicht so das Problem. Den hier und den hier. Wow, das war harte Pixelnarbeit. Wirklich sehr harte Pixelnarbeit. Okay, dann brauche ich noch den hier. Mit diesem Rand. Ja klar, ich meine, es ist ja... Alte Windows, wir können sehr viele... Die muss man ja nur sehen. Das kannst du ja abpixeln. Papierkopf. Eigentlich braucht man ja nur die PNG. Also es ist ja überhaupt kein Problem. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, wir brauchen noch beide Eimer. Erreiche einfach eine PNG. Also das ist ja so mini. Sowieso schon so pixellig, dass du es einfach abpixeln kannst. Ja gut, aber das ist dann auch schon wieder Arbeiten. Das ist nichts, was du dann immer eben so machst. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne. Ihr könnt, ich sag ja immer, ihr könnt bei Ninja immer alles pixeln, was ihr wollt. Ich bastel das in den Stream, ich bastel das rein. Alles, was mir gebastelt wird, bastel ich in den Stream rein. Weil ich so willkürlich einfach so reinbatschen irgendwie. Ja, da sind sie. Stimmt. Und die müssten, sind die auch 16x16? Ich glaube, die sind detaillierter, ne? Die sind 32x32. Dann wird es schon wieder schwer, das abzupixeln. Weil bei 32x32 musstest du ja alles umrechnen dann. Immer pro 2 nach rechts müsstest du hier einnehmen. Und wenn die dann da 1er Schritte gehen, eine höhere Auflösung. Und wie unser dann wird es super schön. Versuch in 12 31 31 32 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe nicht die richtige Palette. Dann muss ich die Augen einmal umpixeln, aber das ist jetzt nicht das Problem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein, okay, ja gut, dieser Grafik, okay, dieser Paletten-Slot, ja, blinkende, nee, blinkende, warum nicht? 16 mal 16. Okay, ja, die gehen, die kannst du richtig easy abpixeln, ja. Ja, wildes, wildes Design auf jeden Fall. Oder? Ja, also ich glaube, es gibt schönere Level, bin ich ja auch ganz ehrlich, aber vielleicht so für den ganzen Anlass und warum nicht auch mal ein witziges. wie gesagt, das ist jetzt bestimmt echt nicht das schönste Level, das ich je gemacht habe. Also sehr sicher nicht. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ganz ehrlich. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's. Ja, ich würde n째 Mal. Es hat jetzt einfach mal ein Kult-Level. Was ist das? Auch noch ein Link. Oh, das sind die Icons. Ja, krass. Sind die denn da auch in... Aber ich glaube, das sind 16x16 Icons, oder? Ich speicher mal. 1, 2, 3, 4... Ne, das wäre sogar 16x16 in einer vernünftigen Auflösung. Ja, ist halt die Frage, macht es das besser, wenn hier noch mehr wilde Icons sind? Der legendäre Bluescreen, der kann natürlich auch kommen. Und ich denke, hier ist wieder zu viel Grau, ne? Und ich denke, hier ist wieder zu viel Grau. Ich denke, hier ist wieder zu viel Grau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irreversible, danke für 20 Monate Siebeneinhalb, ja, überleg dir das mal, Junge Das ist wirklich komplett Banane Ja, ich sag ja, das ist eigentlich dumme Arbeit hier, aber was willst du machen? Das ist halt ätzend Okay, diesen habe ich nicht, den muss ich pixeln Das ist halt das Problem, wenn man es so macht, wie ich es jetzt baue, ne? Ja, mit Zement nur Okay, perfekter Name Nafal Du weißt, wie es geht Okay, dann verbrauchen wir später schon mal keine Zeit Okay, dann verbrauchen wir später schon mal keine Zeit Okay, dann verbrauchen wir später schon mal keine Zeit Ich habe heute gehört Ah, schon gut Da sind wir mal Auch geil, wenn man das macht, ne? Übrigens, wisst ihr Und dann, ah lol, doch nicht Hey, Suppenkastbar, moin Ja Schauen wir mal Part 1 steht, würde ich sagen Ja, stimmt Zu greedy Nee, das geht nicht so easy Also ich finde, dass so diese Jumpsounds und so zu ändern ist überhaupt nicht leicht Okay, die Banane ist ein Trigger, ne? Leute, was machen wir mit der Banane? Soll die später fallen? Jetzt ist es auch so wichtig Es ist wirklich leicht Ich meine Das ist wirklich leicht Hallo, hallo, wow Bis die krassen Skip kommen Die Scrollbars sehen so semi-solid aus Junge, aber ich kann da nicht mal eben so einen Rand drum ziehen Das ist halt, ähm Nee, das ändere ich jetzt nicht Also das ist so viel Arbeit Ich bräuchte die horizontalen, die vertikalen Aber wo brauche ich nur die beiden? Eigentlich ja, ne? Aber ich müsste sie zumindest alle neu platzieren Welche Wand fixen? So, wo sind jetzt die Fails? Hier? Ach, das da oben Haben wir das überhaupt gesehen? So, wo sind denn? Musik Musik Ich glaube, das hier ist eh zu much So, okay, Part 1 fertig, Leute Tschaka, ich hole mir ein Getränk So, jetzt noch 15 Sekunden Wir fangen wieder an mit Zement Vielleicht mal mit Power-Ups Weil es ist schon auch sehr klassisch, Mario Dass man irgendwo ein Power-Up hat, oder? Vielleicht ein bisschen Cape Schön ein bisschen Cape-Tech So, ich mach kurz Pipi, hol mir ein Getränk und bin in zwei Minuten wieder da Zähl doch mal runter, dann starte ich den Timer Drei, zwei, eins, los Okay, ich bin gespannt Der Chat feuert sich ganz doll an Ja, genau Half-Magic, als ob ich hier die Half-Magic hätte Ich bin so ein Frechdachs, das tut mir leid Der ist kompletter Kindergeburtste Wow Eins Ja, Moment Hallo Also, da hätte ich jetzt gerne ein Screenshot von Wo soll man da hin? Also, da müsste man eigentlich ein Screenshot von machen Hey, wie viel Hits? Alter, Alter Jetzt kommt noch Feuer von oben Habt ihr's gesehen? Wie viel Hits braucht er? Junge Es waren acht Es waren acht Er braucht mehr als acht Hits Alter Das waren acht Das waren acht gibt mir teilt es gibt mir teilt da kann ich unten rum das spiel hört mich der damage what the fuck wie viel schaden habe ich gekriegt 7000 ok okami anführer oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin alter schwede alter ich bin im heck drin ist durch junge 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 alter mein herz ist das krass oh mein gott wie geil ist das denn alter schwede kann ich schon ist so schlecht design diese drei pflanzen ohne die sind halt dafür da dass du käppi hast und die machen diesen raum einfach ohne käppi eigentlich musst du käppi in die pflanze reinwerfen und dann fällt die auf dem boden und du kannst drauf springen aber ohne käppi kannst du heute mit mit maximal mit so einem triple jump überhaupt so hoch springen um auf den zu landen ich lasse die truhe weg einfach weil er kommt oder die eigentlich habe ich sie jetzt weglassen nach die truhe ok ok jetzt mache ich aus leute wie geil wärs wenn ich die weggelassen hätte alter weg einfach wenn ich die jetzt weggelassen hätte oh mein gott oh vintage ja wow ja dann meine ich das naja das ist jetzt nicht so mein ding ich hab das ein bisschen teuer oh lol nein das ist auch brutal dass der bums hier liegt ich glaube winches ist schon ein bisschen pay to win ja ein bisschen glaube ich schon schalte mal hier eben um fehler oh oh stand der ps4 habe ich die ps4 version runtergeladen brain ist da leute oh entonces oh nicht schlimm ist aber ja nun der magic video dies wird es nie geben weg sind sie erst mal die banane Ossi, danke für vier Monate. So, let's go. Nächster Part. Secondary Entrance. Wir gehen also hier in Screen 4. So, Secondary Entrance. Zack. Hmm, okay. Wir haben jetzt 17.25 Uhr. Bin mal gespannt, ob es doch reichen könnte noch heute oder ob es vielleicht doch wild wird. Mein Race startet um 20 Uhr. So, jetzt geht's mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Cape, Leute Ich glaube geil, aber so richtig habe ich mich noch nicht, also ich kenne die eigentlich grob, finde auch diesen Cäsar eigentlich am nicesten Ich überlege, ob ich jetzt doch direkt in Windows Optik Bau Halt mich mal eben kurz was gucken Okay, easy Sind das jetzt direkt Death Blocks hier, die 300 Meint ihr die Feder ist gefährlich? Zu gefährlich? Jedes einzelne Code-Steph, aber ich habe halt so So eine Art Makro Äh, so ein paar Gruppen Sterbe ich sofort? Ne, das ist natürlich doof Muss auf jeden Fall ein Death Block sein Dieser Mannschaft War das eine 200? Ich glaube ja 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 man muss mal gucken Ich muss auf jeden Fall die unterscheiden Eigentlich nur voraussetzen, dass mit dem Cape hier kein Dass keiner abheben kann Und den Switch State muss man vor dem Checkpoint natürlich prüfen Ungross Danke für 21 Monate Und Ja Ja Und Ja Ja Und Danke, kennst du nicht, soll man so sein? Danke, kennst du nicht. Danke, kennst du nicht. Das ist ganz interessant. Man kann halt mit der richtigen Entfernung, genau, da kannst du halt richtig Zeit sparen. Das finde ich eigentlich geil. Das ist natürlich auch ein Duckjump drüber machen. Die Frage ist, ob das schneller ist. Ja, okay, das ist nicht cool. Ja, okay, das ist Schrott. Eine Switch Coin. Cool. Cool. Amoklis. 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 Nick Nektarini, danke für 15 Monate. Ich verstehe es nicht, den aktiviere ich doch hier, oder? Muss der doch nicht sein. Oder soll man dann doch einmal fliegen? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich verstehe es nicht, was die ganze Zeit falsch rum ist. Was meint ihr? Ich verstehe es nicht, was die ganze Zeit falsch rum ist. Ja, 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 ich weiß. Ach, hör auf. Geil, Maiki. Guck ich mir gleich an. Was meint ihr? Fliegen? Fliegen kann schon ziemlich viel Probleme bereiten. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so gut ist. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so gut ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier kann man dann auch schön durchgleiten Untertitelung des ZDF, 2020 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 max mario instant small geil ok dafür bräuchte ich vielleicht noch eine grafik aber wir testen cool ich danke dir das genau das was ich gebraucht habe firma dank wo alle der staat niemals fansen was hat man dann als nachteil was ist der nachteil wenn man mal gedankt okay das geht natürlich nicht hoppala ich hänge fest okay 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 so gut leute was könnten wir noch einbauen 44 könnte man damit was machen dass das natürlich ein bisschen lahm hier überlegt ob man hier noch wo aller dieser start ist schade ich glaube das wird heute nichts mehr eine man könnte natürlich hier einfach eine blue screen machen so ein kleines also ja credits alles wird sich geben also ich könnte den raum machen natürlich diesen markanten blauen hintergrund hat aber da müsste ich da ja auch text reinschreiben am ende des levels ja das ist halt das ding mehr also alles ist möglich aber ich baue hier ein level in 6 7 stunden das auch schon schnell wenn ihr sowas klar wir könnten picks wir könnten karten solitär karten animiert runterfallen lassen die hothead sind ja dann pixel man die halt in zwei stunden fünf verschiedene frames für die animation und macht solche sachen aber das ist halt alles nicht das was ich hier will soll ein kleines parkour level sein mehr nicht und sonst kann man wieder rein das will ich nicht was mit den noten klassischen noten wie immer nice hier immer nice hier nice den klassischen coolen noten einfach so kult noten was ist mit den kult noten marios so danke sehr für 29 monate ja wenn man auch gut oder scheiße das spiel hier habe ich das gefühl sagt sagt die pipe müsste näher kommen ja 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 Ja, das wäre alles möglich, wie gesagt. Ja, also Marius Breit umpixeln geht ganz schnell eigentlich. Also das dauert höchstens so 14, 15 Stunden, dann hast du das. Die paar Bilder von Mario kannst du wirklich super easy umpixeln. Mehr ist das nicht. So, jetzt ist es unmöglich, ne? So, warte mal, wie kann ich das machen? So, jetzt machen wir das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das könnte man nur verhindern, indem man hier wieder ein Gate macht. Die sind solid. An der Stelle. Und man jetzt hier trotzdem den Schlüssel holen will, aber auch einen Schalter. Die Frage, ob ich den hier hin mache. Ob es noch irgendeine Challenge gibt, da ranzukommen. Oder ein Schloss. True. Ein Schloss. Yes. Aufschlau, diese Leute. Das ist besser als der nächste Switch. So, man sollte nicht einfach holen, oder? Vielleicht doch für einen Flow. So. 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 Bisschen niedriger fühlt sich besser an. So. So. Das ist gut. Das ist gut. Dankeschön. Guter Hinweis. Das ist guter Hinweis. Diese. So. Feuerblumen kann man auf jeden Fall mal machen. Die kann man dann auch ruhig bis zum Ende behalten. Kann man den Bluescreen nicht als Mini-Wasserpassage gestalten? Doch. Warum nicht Wasser, ne? So. Darf man berühren. Man darf hier alles berühren. Nur die Wannsche nicht. Ja, wollen wir eine Mini-Wasserpassage machen? So. 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 Mit High. Okay, das muss ich natürlich da oben verhindern. Hier fehlt mir auch noch ein bisschen was. Und wenn du gut schießt, fällst du sofort durch. Wenn du ein bisschen failst, landest du halt kurz auf dem Block. Das ist ja so, 며칠 Nummer. Und logische Das sind Dr. Okay, ich schreibe mir in die Tür. Ich hab meiner ja man kann natürlich jetzt trotzdem oben drauf na ja egal wie man es macht die lösung ist nicht gut ich kann hier halt drauf es geht nicht wir müssen ja 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 ich gehe wieder zu zement das ist so weird hier habe ich nicht mehr ich gehe wieder zu zementen ich gehe wieder zu zementen stabil genau zement immer gut oder und eine bestimmte anzahl von feuer blumen schüssen tanken sowas wie eis blöcke ja stimmt's so 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 mein wie das ist so fühlt sich dann so rng an mit den blöcken hier dass man also spammen muss ich gucke mir die gleich mal an die grafiken ja ja ich weiß nicht diese IC blocks die idee soll sein dass man dann halt nach links schießt so das klappt natürlich so gar nicht so ist dann für 16 monate wie könnte ich hier blockaden hin bauen diese blöcke diese IC blöcke es ist vielleicht konstanter wenn man einfach ein paar coopers dahin setzt und man dreimal schießen muss oder so ich denke eigentlich es ist besser so da muss ich safe vier mal schießen naja der eine ist schon durchgegangen das ist jank wie und und in aus Untertitelung des ZDF, 2020 Und da dann im richtigen Moment springen, finde ich eigentlich ganz cool. Und nicht zu früh, wisst ihr was ich meine? Ich glaube, das finde ich eigentlich auch ganz nice. Hm. Ist gut. Die Frage ist halt, ist die Wein gut? Boah, das ist schon ein bisschen Pain. Nein, da gibt es kein Programm. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich weiß selber nicht, was passiert in der Breaker. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange ich streame, wann. Also ich lasse mich da selber sehr überraschen. Ich weiß nicht, wie lange ichастиen. Ich weiß nicht, wie lange ich steental. Ich bin da vorne. Und das ist der Fall, wie lange ich dennort. Ja, ich weiß selber noch nicht genau, was so passiert. Wir gehen mal mit Musik rein und so fürs Gefühl kurz mal. Es ist halt leider Todeslauf, warum auch immer. Ja, jetzt ist die Piranha-Pflanze da, das ist halt scheiße. Die Piranha-Pflanze da, das ist halt scheiße. Die Piranha-Pflanze da, das ist halt scheiße. Boah, Alter, das ist für die Finger aber echt ein Krampf. Aber ist gut. Boah, das war mega schnell. Aber jetzt hier nicht mehr. Boah, Alter, das ist krampfig. Aber nice. Das macht Bock. Ich frag mich, ob das mit der Weinen zu eklig ist. Okay, das muss ich gleich mal fixen. Anstatt der Weinen. Also hier ist auch schneller, wenn man hier nicht den Zwischensprung macht an der Feuerblume. Oder ich verschiebe das nochmal ein bisschen. Das ist das Beste, wenn man da halt... Ja, die Weine ist übel. Was könnten wir da machen? Was schlägt der Piranha? Spring. Spring ist immer so lahm. Diese Plattform, ich weiß, was du meinst. Ja, muss man mal gucken, wie die sich jetzt spielt. 42. 42. Oh, das Dreieck finde ich vielleicht auch ganz geil. Das Dreieck könnte cool sein. Aber ist das nicht voll jank? Muss nicht das Teil da drunter auch platziert werden? Also das hier. Aber das geht auch mit dem Booster nicht. Was mache ich denn hier falsch mit dem Dreieck? Das ist ja so richtig... Ich weiß, dass das ein Schrottteil ist. Stimmt, die Minesweeper-Minen, die müssen gepixelt werden. Das stimmt. Kennst du nicht. Da hast du recht. Ich glaube, die Weine ist am besten. Also die verhindert halt auch, dass man irgendwie lockt oder so. Ist halt sehr tricky. Ich meine, als Anfänger könnte man es auch einfach super langsam spielen. Mit der Weine natürlich jetzt nicht schwer. Du kannst ja einfach immer da hängen. Also schießt. Und kannst ja... Also das ist ja... Das ist ja das Einfachste eigentlich. Nur schnell ist es halt nicht so einfach. Okay. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung guckt man denn. Und das geht nicht, weil ich Power-Up habe, ne? For small Mario, ja. Dann habe ich wieder eine Up-Pipe. Die will auch keiner. Ja. Wer will denn diese Up-Pipe haben? Da kotzen alle ab. Hey, ich bleib bei der Weine, Leute. Let's go. Leicht, für Einsteiger leicht, für Experten schwierig, sehr schnell zu spielen. Ist schon sehr tricky. Ich glaube, wenn alles ein tiefer wäre, wäre es ein bisschen besser. Siehe jetzt nur ultraschäbig aus. Also vom Flow. Ne, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weil dann komme ich auch schon sehr hoch. Ey, wir lassen es so. Wir lassen es so. Okay. Ja, brauchen wir eigentlich auch noch ein Yoshi, ne? Aber fast noch nie. Höster ist doch, was das alles drin? ManSi tenha, wenn wir einfach ein paar veces noch mehr tun. Ja, ich glaube. Das ist ein draw. Oder bei der Mannschaft. Ich bin mit dem ayuden. Oder bei der Mannschaft. Oder bei der Mannschaft. Oder ich bin. aber da weiß natürlich niemand wie man abspringt von joshi das ist das problem wir können ja joshies und cameo hier geben ein cameo auftritt und der fällt runter wenn der schalter betätigt wird 3,5 jahre leck mich fehlt für mich ist dankeschön ja alter das ist wirklich lange 3,5 jahre vielen dank leck mich fehlt so einfach als kleine als kleiner gag das ist doch okay so dann haben wir und joshi verbaut aber jetzt jetzt gerade okay wir haben jetzt immer noch die feuerblume die könnten wir natürlich jetzt auch wieder verlieren so ist das nicht die frage ist halt ob wir dafür markierungen brauchen oder ob man einfach die dann wieder los wird hier zum beispiel ich würde jetzt hier unten noch einen sim ganz simplen plattformen part machen wollen und und Das finde ich auch ganz gut, dass man den Boost nicht mitnehmen darf. Weil dann knallt man dagegen, das finde ich nicht schlecht, sondern man hier so ein bisschen abbremsen muss, das finde ich nice. Die beste Zahl in diesem Universum. Gary, danke für 42 Monate. Einfach mal in dem nächsten Ninja sind die Booster Deathblocks. Wie wäre das? Ich würde sowieso am Ende es ja unten auf jeden Fall offen lassen, außer beim ersten. Würde ich eine Wein machen oder so. Nee, Skyscraper irgendwie nicht. Okay, das ist wirklich Krampf. Das sieht auch so super easy aus. Kann aber auch, glaube ich, wenn man auf PB Pace ist, kann dieses... So, ich spring mal kurz. So. Ja. Okay. Ich skipp natürlich immer ein. So, wollen wir hier ein Blue Screen haben. Wir haben da die perfekte Farbe. Ja. 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 Dann bist Du. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann müssen wir mal schauen, wie hoch wir gucken können, weil da natürlich eine Decke hin muss, sonst sieht es komisch aus. Die sind ja furchtbar aus. Sieht auch so schon furchtbar aus, oder? Windows-Taste S ist das, glaube ich, ne? Alles minimieren. Junge. Nee, ist nicht hübsch. I don't like it. Das ist halt gar nicht ein Blue Screen. Das ist einfach blaue Scheiße. Ich hätte was geiles, Leute. Was haltet ihr denn davon? Ey, ich glaube, ich will jetzt mal was ausprobieren. Das hier hat Prio. Und die Grafik ist so. Jetzt haben wir Scanlines. Leute, Scanlines. Und Mario ist dahinter. Retro-Röhren-Scanlines. Junge, Bildschirm kaputt. Okay, ist nicht so geil, wie ich gedacht hätte. Na gut. Ich glaube auch, dass die hier besser geeignet sind, weil die keine Lücken lassen. Oder wie cool wäre es, das einfach komplett unsichtbar zu spielen im Ninji. Also, dass man das wirklich, dass man komplett nicht sieht, wo Mario ist. Nur hier unten sieht man es. Zu schwer. Man könnte ja auch hier rüber springen und hier die Weinen hoch. Es ist halt dann komplett für die Pros. Und oben könnte man hinschreiben, sorry, blue screen, no, no, keine Ahnung, no. Man sieht ja die Füße hier. Ist das brutal? Ich glaube eigentlich nicht. Ist ja so schwer, ist es nicht. Also ehrlich. Also ich würde ja 100% immer hochkommen. Aber ja. war es nicht so schwer, ist es nicht so schwer, ist es so schwer. Also ich würde ja 30-Dialue Europiken So wie hoch ist das? Wir machen da jetzt ein Bildschirm. Genau die richtige Höhe. So. 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 wäre es gleichmäßig also ist es nicht gleichmäßig na logisch nicht wie kriege ich sind überhaupt gleichmäßig ich glaube gar nicht oder müsste als grundlage 2 nehmen zwei felder hier muss jetzt gleichmäßigkeit sein dann sind hier drei geht nicht dann sind hier wieder 3 3333 so geht's was hat doch jetzt was oder ich glaube das ist cool oh nein dingo das tut mir leid für dich aber ja es ist halt jetzt eigentlich nur style überhaupt nicht keine hindernis oder so ein sie passt wir es sie 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 Ich überlege jetzt, ob ich es trotzdem lasse, für den Effekt so. Problem ist, dass ich, obwohl man muss es halt schaffen, ist ja jetzt nicht so schwer. Ist ja nicht so schwer, sagte er und blieb überall hängen. Okay. 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 Kaiso kommt doch am Ende. 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 Also das wird der größte Krampf, glaube ich. Also hier fehlt mir auf jeden Fall noch was. Hier unten ist noch Krampf. Ja, das kann auch triggern hier. Das ist nicht so free, wie es aussieht. Ich meine, als Anfänger, man kann auch ohne Rennen dann wieder so hier hoch. Ohne Rennen, wow. Das geht halt alles. Okay, also noch ein paar Baustellen. Das hier ist natürlich noch kompletter Murks. Das hier ist natürlich noch ein paar Bauschen. Das hier ist doch ein paar Bauschen. Okay, also das ist so näher. Das hier ist schon mal ge Rules. Das hier ist doch noch ein paar Bauschen. Ohne und das hier ist schon mal geöffnet. Yeah, das hier ist doch toll. Hier fehlt mir noch irgendwas. Da müssen Bananen kommen. Okay, ja gut. Boah, das ist eigentlich geil. Weil wenn du es so früh aktivierst, treffen die dich beim ersten Mal. Aber du kannst sie dodgen, wenn du ganz spät die Shell wirfst. Das ist super. So, zack, tschakka. Ich muss schon wieder aufs Klo. Ich habe keinen Bock. So, das hier, das hier. Okay, was hätten wir noch für... Vor allem muss ich so in 45... Scheiße, es wird nicht fertig heute, Leute. Oder ich gehe noch mal nach dem Race rein. Ist ja ohne Delay. Boah, aber nach dem Race... Ne, das ist... Noch nicht gut. Ich weiß nicht, bei welcher Zeit sind wir denn jetzt am Anfang. Achso, die Grafiken habe ich noch nicht angeguckt. Ich mache es gleich. Ja, aber morgen wollte ich es eigentlich nicht machen. Das ist halt das Problem. Sonst, ich kann nicht... Ich kann Final Fantasy 7 sonst in eine Mülltonne werfen. Ich sage es euch. Wenn ich das nicht weiterspiele, ich weiß, wie ich bin. 14,49. Ja, gut, dafür muss auch eigentlich nicht mehr so viel kommen, ne? Frage ist, ob man hier... Hm, das will ich verhindern, dass man hier P-Speed aufbaut. Und hier wird es sich nicht lohnen. Eigentlich noch ein End-Obstikel, ne? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie wieder runter. Naja, aber es ist trotzdem noch einiges zu machen, ne? Allein schon. Der ganzen Title, äh... Gedöns und all so ein Bums. Also... Nein, habe ich auch nicht. Die Slopes nicht verbaut. Aber irgendwie waren die auch janky. Ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von den Slopes. Ich bin kein Fan von den Slopes. Ich bin kein Fan von den Slopes. Joe, Shazam, moin. So ein, finde ich eigentlich vielleicht auch gar nicht so doof, so ein Yolo-Ende, wo sich jeder freut, dass er so reinboostet, mit Decken, also mit einer Decke dann drüber, auch die Noobs, die dann so schnell ins Ziel rennen. Ah, die ist böse platziert. Und hier vielleicht einfach einen Stein, boah, der dann direkt hier oben zum Goal Tape zum Beispiel führt. Hier müsste man dann abbremsen, damit man da nicht gegenknallt. Äh, müsste ich mal ausprobieren, ob das überhaupt geht. Okay, das ist, glaube ich, todestricky. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich da einfach mit Abbremsen nicht an die Wannen knall. Ja, so. Uh. Mhm. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder ist das kein Problem? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, okay. Das ist keine Mask-Datei, ne? Okay, ja. Was ist denn mit der Krusel-Datei? Die haben wir hier, ne? Was müsste denn auf der Overworld überhaupt gemacht werden, theoretisch? So, Neva, was hast du gesagt für einen Namen? Den fand ich geil. Mario Soft... Winses? Ne, was hast du gesagt? Nindos. Nice. Mario Soft Nindos. Sehr geil. Das ist sehr smart. Lieb ich. Wir haben noch die C7. Midway Timer Addits. Hier könnte ich noch schreiben... Wie schreibt man das auf Englisch? Dass die Nachkommastelle jetzt 99. Timer... Timer counts to 100 again? Oder so einfach? Wie sagt man das? Timer fix to 100. Mein Gott, ja. 100? So heißt das? Ja, ich auch nicht. Ja. 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 Ja, aber jetzt mit der Komma, dann sind wir in der zweiten, ist egal. Hm. So, was hatten wir hier noch? So, was hatten wir hier noch? Was hatten wir hier ja noch ins? So, was hatten wir ja noch? Jag war aus einer Hombmission, LePulgence? Es ist kein Deutsch, da war nach der Zeit. Hab ich auch aus der Zeit, ist etwas responsabilität. So, was hat er auf flaw Sie auchSeanทbachen? Mal das Ethereum ist eine Hombcous librarian verf jersey. strips, bweitere Du Latte für zwei Unes. Abs engineers sind uns gerätseld E Trackers, die Clouders bellaнем. Sol war ja mit einf�� Kurierung. AbzРückKevin, was hier heißt da vorher ein Hombpertans aus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, der Power-Up-Block, ne? Was wäre denn da für eine... Was wäre denn da eine gute Grafik? Man könnte hier auch noch sowas wie dreimal den Schalter zum Beispiel machen. Den Klein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das könnte man noch machen. Was gibt's noch? Habe ich noch irgendwas zu markieren? Ich glaube, wenn man es nur weiß macht, sieht man es nicht. Brauchen wir noch Pfeile oder so irgendwo? Oh. 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 Wow. Okay, oh, wir müssen auch unbedingt, die sind wahrscheinlich Zement, yes, das wollen wir nicht, genau wie der Schalter hier, ja. So, jetzt brauchen wir doch irgendwas, Mikey, du hast doch diese, mir diese, was hast du für ein, was nimmt man dafür, einfach so ein rotes, so ein Verbotszeichen, könnte ich mir vorstellen. Okay. So, jetzt mach ich das, nee, das ist doch albern, oder? Wenn ich das einfach überall mache, so wie so eine Kontur, das ist Quatsch. So, jetzt mach ich das. 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 Oh, die sind leider überschrieben da, weil ich da Animationen habe, aber die brauche ich ja hier gar nicht. Oh, ich weiß nur nicht, welche ich jetzt hier rausnehmen kann. Uff. Gletscher, vielen Dank für dein Sub-Geschenk. Okay. Okay, die Frage ist, was könnte man damit machen? Einfach dekorieren. Okay. 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 объяс Hamburger. Okay. Okay. Hahaha. so als kleine plattform aber irgendwo so zweier plattform da könnten natürlich auch einfach die ninjis drauf sitzen ist jetzt nicht das geilste was sie so machen aber ich glaube dann sieht es cooler aus so ein bisschen abwechslungsreicher sieht es dann aus das laufwerk als plattform zum beispiel in part 1 das so ok hauptsache so ein bisschen varianz was machen wir mit dem geilen desktop kein ordner das gibt ja auch noch mal ein bisschen farbe finde ich eigentlich auch richtig geil bei farbe fehlt ein bisschen darf nicht im weg stehen aber ich glaube deko wird noch ein bisschen dauern jetzt also ich glaube tatsächlich ist es schlau das jetzt nicht übers knie zu brechen ist natürlich heute gerne fertig aber ich glaube es ist unrealistisch ich will das ja auch noch testen und so ist ja viel zu groß ist ja kein 16 16 block daran scheitert ja schon dass es kein switch sein kann ich muss auch tierisch aufs klo ich muss auch noch eine kleinigkeit essen zumindest man toast vor dem race ein das Untertitelung des ZDF, 2020 Mario Soft Nindos Ah, im Prinzip fehlt halt leider nur so eine halbe Stunde, ne? Ich glaube, das ist ja kurz vor fertig, das Ding. Jetzt fehlt hier noch so ein bisschen Liebe, hier zum Beispiel. Ah, weiß ja nicht. Okay, der Yoshi ist nicht in den Mülleimer gefallen, ne? Das ist der Yoshi ist solid. Ja. Die wahrscheinlich auch noch. Die auch, aber können sie ruhig. Ne, das ist zu, also, ja, würde passen, aber jetzt als Breakblock, dann ziehe ich die so in vier Teile. Ne, 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 ne. Also, das Ding ist eigentlich fertig. Es fehlt noch so ein bisschen für meinen Geschmack Deko. Der Mancha ist ein bisschen ungünstig. Das habe ich schon so häufig mit dem Boost Block. Na, ich finde das Ende schon tricky genug. Jetzt ist anders. Andere ihr Влад secured das Ding. Und ich finde das hutnäß, bollens. Das ist das Handy. Der Mancha ist ein bisschen andersu. Hallo? Ja. Ja. lle dispon Dowä94, Elon. Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann bereite ich gleich alles mit dem Race vor. Ich muss ja eh den Super Nintendo anmachen. Ich kann ja auch bis das Race beginnt das Ding testen hier. Und dann gibt es eventuell den Upload nach dem Race. So mach ich das. Aber jetzt mach ich mal kurz Pipi, mach ne kleine Pause, ess mir nen Toast und bin in 5 Minuten wieder da. Und dann schalte ich hier schon mal um auf Zelda. Weil das gibt es ja dann gleich. Ja. Link to the past, turnier spiel, all dungeons. Ja, kurze Pause und bis gleich. Ich hab sie zu feste bewusstlos gemacht. Ich dachte das ist würgen, aber... Wir haben hier auch noch diese wunderbaren Preise. Wenn ihr ne Playstation 5 habt von Red Art Games, gibt es hier Spiele. Nämlich hier haben wir Jubilä, wenn ihr das möchtet. Du darfst dir aussuchen. Du darfst entscheiden. Ich leg die mit dazu. Entweder Go Kart, entweder Mario Kart oder eins der Playstation 5 Spiele. Ja, für deinen kleinen Cousin. Das ist aber nett. Okay. Ja, das ist stark. Applaus. Herzlichen Glückwunsch, Typhoon. So, dann haben wir Platz 2, den Kluge. Wo ist er? Da ist er. Kluge, stark. Platz 2 mit 22,8. Du dürftest auch entscheiden. Play-Spiele oder Bowser-Figur. Ja, dann nimm dir eins. Boah, zum Glück habe ich es gemacht. Alter, jetzt kann ich ja so geil kombinieren. Pod und Eastern. Junge, Junge, Junge. Easy peasy. Ich bin mal gespannt, wie einfach man auf die 100% kommt am Ende. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich habe eine Münze verpasst. Hier könnte halt auch irgendwas in der Wand sein. Und dazu gewinnen gegen einige. Ja, gegen mich zum Beispiel. Schwierig. Ich gehe jetzt nicht davon aus, in meinem Fall, dass ich jetzt unbedingt hier der Hauptcharakter werde. So wie ich zum Beispiel. Da sehe ich andere ganz klar durch das Turnier marschieren. So wie mich zum Beispiel. Ich hoffe, dass ich in die nächste Runde komme. Ja. Gerade so als erstes Turnier. Das ist, glaube ich, ein gutes Ziel. Ein bisschen Glück, in meinem Fall. Ja. Glück brauchst du. Sonst wird das nix. Na, Dechi, wie sieht es bei dir so aus? Ach, lieb's. Ach, hier einfach rein? Never, oder? Never, ever findet das niemand raus ohne Spoilern. Sorry. Wird gespoilert. Never, ever. Ja, also. Nee, 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 nee. Blau, blau, blau. Blau, 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 blau. Man kann seine Kä... Da ist doch Trump. Oh, okay. Nee, halt. Oh, einfach durchgespielt. Der Hot Button, der schlägt zu. Letztes Level, komm. Alter, wie kann man so lost sein, wie ich es bin? Dieses Level, hei, 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 will sich hier schon jetzt an Zeichen liegen ablassen. Machen die denn so wenig Schaden? Ja, das weiß ich auch nicht, warum ich das gerade mache, weil meine Ellenbogen aufregse. Ich lasse mich doch hier nicht mobben von Nave, weil ich schnell raus aus dem Game. Okay, hätte ich vielleicht mit rechnen können, aber ich dachte nicht, dass es komplett mich zerquetscht. Schick, 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 schick. Das merken wir uns, das prägen wir uns jetzt ein. Skorpion King, vielen Dank für den Resub, vielen Dank euch allen für den Support. Trommels. Sag mal, wie ihr macht der Zug? Knub, knuuub! Knub, knuuub! Ok, es ist noch ein Erwin, e 무, und er braucht eine Erwin, ohne Tier zu danken. Okay, Checkpoint Nein, plus Null Kann ich ja nicht machen Oder? Hä? Mann, Alter Wie soll man das so schnell machen? Das 9 mal 3 sind 27 Ihr seid jetzt mal ruhig Ihr habt doch sehr Ich bin unter Zeitdruck Ich hab hier Stress Mann, dieses Pissgame Mann, Alter Wer hat diesen Boss gemacht? Oh Ist einfach an jedem verschissenen Eingang Ich hab hier schade an mir lag es nicht definitiv klassiker an mir lag es hundertprozentig so ok das mal eben weg hier deshalb jeder weiß es bin gespannt wie ein bett lagen ok simply kurz man time out du bist mal ruhig solche sprüche da werde ich halt komplett wütend einmal ja ich sollte das hier nicht drunter machen das ist kindergeburtstag kompletter so klar war nicht mehr einfach neuen neuen aber nicht meine malzeit grüße ja mal gucken ob der controller noch gs kannst du auch den infinite bubble jump üben den habe ich gemacht da warst du nicht mal in der planung clay den infinite bubble jump damit bin ich durchs leben durch hier durch essen schon gehüpft bei infinite bubble jump für mich ist das einfach wie für dich atmen ich übe da gar nichts so das sind war jetzt bereite ich mal hier alles vor erstmal die glotze an mein getränk hierhin all dungeons das dauert glaube ich muss nicht zum klo trinkt man nix so da kann ich ja sowieso jede msu nehmen aber ich mache nichts anderes mehr dann dingo an sechs tagen erscheine nicht ganz viele andere titel ich muss mal gucken ich gehe mal in die szene mit dem turnier obwohl das mache ich jetzt nicht scheißegal ich gehe einfach in meine zelda szene und macht dann immer wir brauchen eigentlich gar nichts ja irgendwie ja neil fall ich glaube auch eher nachteil aber vanillemusik will ich jetzt gar nicht ich weiß nicht ist es erlaubt leute eine andere msu zu nehmen ich auch nicht kenne die regeln auch nicht es ist eigentlich ist mir scheiße dann lasse ich es mal weg ich nehme auf jeden fall den densensbreit das muss sein im turnier dafür gebe ich den ja zack für die rocket bine auf dem fernseher jetzt darf halt nicht schneller sein ja aber kann mir einer eine sagen die safe erlaubt ist ja ich weiß dass schon andere runner gab mit msu aber die wissen dann halt auch welche luna magic manchmal dicht das speichern schneller im sinne wenn du crystal oder pendant lutes ist diese auto musik nicht so lang und du kommst kannst dich schneller wieder bewegen ja einfach cheater mode so gameplay was haben wir world state open muss ich das hier überhaupt machen goal settings is all dungeons und boots haben wir launch zack und man wenn ich aber boots so ja dann was brauche ich noch eigentlich brauche ich nix ich mache mal für den worst case mache ich mir mal darkroom maps auf das habe ich nie aber bei turnierspielen habe ich das weil das kann halt dann schon im zweifel doch mal helfen wenn man jetzt irgendwie voll feststeckt deswegen mache ich mir die ruhig mal auf ok dann haben wir das und das und das ok ich mache auch mal die alerts aus weil ich habe ein bisschen angst dass man es trotz im mode only könnte man mich ja über alerts spoilern wenn man jetzt richtig böse ist deswegen würde ich mal die alerts ausmachen weil dann schreibt jemand in seine resub message die boots liegen da da oder so weil ja besser ist so jetzt gehen wir mal in den channel rein mal gucken ob es den seat schon gibt ja turnierspiel aber ohne die ohne delay deswegen ganz entspannt also im mode only reicht ja auch wenn wir wenn es losgeht also bis dahin noch ganz easy und danach können wir auch direkt wieder rausnehmen mein gegner ist teku teku und der heißt auf twitch teku 3 6 1 warst du da nicht raus doch es ist aber das rivals turnier und ich habe jetzt noch weiter gespielt weil das ein gutes trainings ding ist wenn wir es in bonsai wo denn ach da oben oder was wo denn was könnte ich denn nehmen aha da kann doch einige nehmen ne ja krass zum beispiel final fantasy nur 7 nicht auch frech final fantasy 5 mix 10 final fantasy mix es gibt so viele keine ahnung nicht dass ich irgendwas falsches da jetzt nehmen und dann ripp ja wie viele gibt es denn immer was eindeutigeres grand pool geil lucia 2 was halten wir davon ich glaube das ist auch sogar auf meiner auf meinem sd ist es nicht sogar drauf zack download 800 mb So, dann mache ich hier einen Ordner. Lufia. Und der Download läuft. Ah, dauert ein bisschen. Zwei Minuten. Ah, dann brauche ich noch die ROM. So, dann kriegt ihr da oben das noch alles richtig. Dann nehme ich das hier raus. Dann seht ihr auch, falls ich verloren habe. Das ist sobald, nicht falls. Ein when, kein if. Das habe ich. Der Download läuft noch. Chaka, dann kriegt ihr oben den Chat. So, der Download ist fertig. Dann packen wir das mal drauf. Drei Gigabyte noch frei. Ja, da kann ja gar nichts passieren. So, ich hoffe, es ist für ihn fein, wenn ich jetzt schon rolle. Ich weiß, dass das eigentlich nicht so cool ist, das so viel früher zu machen, weil theoretisch könnte ich jetzt sieben Minuten lang in den Seed gehen und gucken, wo was oder was am Anfang irgendwo liegt. Aber man muss ja auch ein bisschen vorbereiten. Deswegen. So, haben wir. Danke sehr, Solarion. So, dann machen wir ein Input-Display. Dann machen wir den Bums noch an. Ja, kannst du gerne machen. Okay, Roll Tournament Seed. Let's go. Da ist er. Danke. Der Seed, also die Verteilung der Items, wird da gerollt. So, Densen, rote Herzen, safe. Desktop. Zack. Draufpacken. Das ist ja wieder ein geiler Name. So, was zieht es da? So, die Wette läuft noch. Was liegt in der Library, Leute? Okay, wieso habe ich kein Bild? Das ist sehr... Achso. Ja. 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 Ist das Vanilla-Musik? Hat nicht geklappt, die MSU. Nee, doch nicht. So, 56. Ich habe das. Das ist auch da. Kamera-Switch machen wir noch ein. Nein. Nein. One-on-one ist ein All-Dungeons-Seed. Ich werde... Also, meine Strategie wird nicht sein, dass ich hier wilde Sachen mache. Meine Strategie wird auf jeden Fall sein, ähm... Alles mitzunehmen. Nichts liegen zu lassen. Und über die ganze Execution im Endeffekt dann zu gewinnen. Über alle Dungeons, die gemacht werden müssen. Genau. Denkt dran, Leute, ihr habt gleich Emote-Only und Alerts sind aus. Ich sehe das natürlich und kann trotzdem Danke sagen. Obwohl, das kann ich gar nicht verhindern, ne? Die Message steht auch im Chat. Naja, gut. MFC, den habe ich schon gespielt. Ja, der war sehr geil. Mule Mare. Ich würde mal nochmal neu Chatterino öffnen. Das ist irgendwie kaputt. Login expired for Densen. Okay. Wow, jetzt habe ich gar keinen Chat mehr. Ach, Chatterino. So ein Bums. Moment. Ich nehme den klassischen Pop-Out-Chat von Twitch-Dashboard. Und schädigen. Okay. Okay. Okay, dann geht es jetzt los. Emote-Only, wie gesagt, aber keine Verzögerung. Also, ja. Easy. Let's go. Drückt mir die Daumen. Und rein. Blau-Rot-Blau. Blau-Rot-Blau. Rupseys. Weis. Bye. Bye. Bye-bye. ein herz so ashy dankeschön für den wieser green rupee weder geld noch sonst was für die bomben das ist ein bisschen nervig lufia sound einfach gut deine schaufel die nehmen auf jeden fall gleich direkt mit bottlewender würde ich jetzt lieber weglassen blende ich gleich auf die 100 kommen weil ich habe nur zwei bomben jetzt noch gut ich muss irgendeine kiste da gelassen haben weil mein auto checker das nicht weg links muss irgendwas da liegen hat man muss da irgendwas haben liegen lassen ich gucke gleich noch mal okay ich habe irgendwas da offensichtlich liegen lassen oh mein gott das ist schon wieder so ein fail das kostet so viel zeit what the fuck wow ja gut schon einfach reingeschissen in minute drei ja das ist super schlecht das muss man sagen das kostet locker wieder zurück 40 sekunden bestimmt und das ist nicht wenig egal jetzt kann man das hier machen da muss ich gleich irgendwas gambeln um das wieder rein zu holen da geht schon los das war echt nicht gut soll die frage hol ich bomben oder nicht weil ich mini molder und nicht machen kann ohne waffe ich muss bomben holen ist das alles lahm ich hoffe mir fehlen die nicht für die 500 und so war schlechter start heißt eigentlich gutes ende soll die wette was liegt in der library herz schwert das sollte ich auf jeden fall mitnehmen und es geht es über bl 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 Das war's für heute. Das war's für heute. so mumpel die schmeckt uns doch schon mal ganz gut einen schild so 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 Das war's für heute. ich will jetzt eigentlich nichts weglassen und mit den boots können natürlich auch schön waterwalken gleich so Vielen Dank. ok aber nur Rupees auf der ledge und Sora ist für mich ein toter check jetzt da komme ich mir hin ich überlege ob ich jetzt raus gehe und hier erst wieder hingehe mit ner lampe wo das quatsch ist jetzt könnte ich zum beispiel darauf hoffen dass mein gegner ist dann dippt bevor er das hier macht weil er kommt ja ohne bogen nicht weit oder nicht durch weit schon aber nicht durch ja 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 Das war's für heute. Da cross lasse ich jetzt liegen. Kein Schlüssel. Uff, alter. Das ist eigentlich ganz gut, weil wenn mein Gegner East dann dippt und das hier bekommt, ist das Schloss natürlich wieder weiter weg. Das war's für mich. Das war's für heute. Nur noch ein Item drin. Okay, kein Item mehr drin. Das heißt, ich muss die dunkle... Also, das ist nicht in Logik hier. Ich muss ins Dunkeln gehen, weil ich kein Bic hier habe, oder? Naja, das schließen wir jetzt ab. Ich würde danach, glaube ich, einfach Desert spielen. Ist auch komplett clearbar. Also, das ist ein Bic hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum mach ich das? Ich sollte danach erstmal Back of Escape spielen. Dann kann ich auch direkt sehen, ob in der geskippten Darkrosters liegt. Das war's für mich. Das war's für mich. So, danke sehr. Keine Map und kein Small Key. Jetzt habe ich die Map. Jetzt habe ich den Small Key. Scheiße, das heißt, im Dark Cross liegt ein Item, was nicht in Logik wäre, aber ich hoffe, dass es nichts... Könnte ein bisschen gefährlich werden. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wie wir das sehen. das war eine komfortable situation jetzt weil in logik ohne die lampe nichts mehr wäre vielleicht finde ich heraus dass auf zora die lampe liegt wir schauen jetzt erst mal das ist erst mal voll klärbar und die letzte brauchen wir nicht ich ein alt empfinde gehe ich raus weil dann könnte das andere auf dem boss sein finde keins also muss rechts ein item sein in der situation jetzt kann ich das nicht legen lassen sind so wenig checks was dann kriegt noch mal fünf pfeile beide items raus krass hier gibt es nichts okay damit bleibt nur noch sora in logik und angenommen ich würde gännen machen dann hätte ich noch catfish und pot und so ja also agina gleich puh das fühlt sich nicht gut an obwohl das dark cross ist in logik mit dem feierort sehe ich gerade es ist ja grün upsala was da passiert wie viel zeit das jetzt kostet diese eine bonk okay okay hmm hmm Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist jetzt die Frage, ob ich jetzt... Ich meine, ich muss eh irgendwann Aga machen. Dann hätte ich Dark World Access. Aber ich könnte auch versuchen, den Aga... Also Aga noch zu skippen. Außerhalb der Logik. Auf dem Berg noch was finden oder so. Also Catfish, ich hatte zu keinem Zeitpunkt genug... Äh, Sora genug Rupees. Also das ist eigentlich egal. Nur das Dark Cross könnte mir ein bisschen das Genick brechen. Ich glaube, ich gehe erst noch auf den Berg, Leute. Vielleicht liegt da ja ein Hammer oder so. Hey, moi. Das Problem ist ja auch, dass ich Aga gar nicht ohne Lampe machen will. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, die Lampe muss auf Catfish oder im Dark Cross liegen. Weil das hier ist alles außerhalb der Logik. Okay, das ist kein guter Start für mich. Ich muss die holen. Das ist jetzt das Problem. Für Sora. Und jetzt ist die Frage. Gämbel ich auf Sora für die Lampe oder nicht? Also sonst... Ich bin halt sowieso schon am Arsch, glaube ich. Also es könnte natürlich jetzt im Dark Cross die Lampe liegen. Dann würde ich mich schwarz ärgern, weil das das Einzige ist, was ich gerade weggelassen habe. Das ist katastrophisch schon wieder. Also ich bin auf... Ich muss auf jeden Fall gleich sehr riskant spielen. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade behind. Ach, ich habe da gar keine Flip was. Oh ja. Ja. Okay, ich werde alles skippen. Ich werde alles skippen. Ich bin so hinten. Ich muss jetzt super riskant spielen. Ich muss super, super riskant spielen jetzt. Okay, ich werde jetzt alles weglassen, was geht. Ja, und jetzt... Ich werde das Race... Ich sage es euch jetzt schon, ich werde das Race verlieren, weil ich Aga ohne Lampe nicht spielen kann. Ich habe es schon vor, glaube ich, einem Jahr gesagt. Ich sollte mir das mal angucken. Das ist alles unnötig hier, die letzten... weiß ich nicht, 100 Stunden. Jetzt gebt ihr mir Rupees oder so. Na, Alter. Ja, okay. Das Game ist vorbei. Ich sage es, wie es ist. Das Game ist vorbei. Es ist mal wieder das... Ich habe einen einzigen Check weggelassen. Einen einzigen. Und der ist es. Ich spiele es jetzt noch zu Ende, aber es ist unmöglich aufzuholen, bin ich mir sehr sicher. Unmöglich. Ach, Rando, ey. Alter Schwede. Ja. Hey, ich muss nicht die Lampe sein. Okay, logisch. Hauptsache, ich komme weiter. Es muss Progress sein. Ja, ist total over, Leute. Also safe. Safe, safe, safe. Ich denke, ich bin auch wirklich so 8 Minuten oder so bin ich hinten. Das war einfach jetzt zu unlucky, dass da der Hammer liegt. Das kannst du keinem erzählen. Wann war ich gerade in Hyrule Castle? Also ist so lächerlich. So lächerlich. So lächerlich. So lächerlich, das Game. Ich werde nichts mehr holen. Alles, was clearbar ist. Ich gehe jetzt von Dungeon zu Dungeon. Ich spiele jetzt einfach die 3 Dungeons, die ich spielen kann und mach nichts auf. Jetzt könnte mir hier Magic fehlen, ne? Bin ich sicher. Au Sack, eyg! Ai-yi-yi. ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ich lasse das eine Item jetzt hier liegen. Ich muss irgendwo Zeit reinholen. Die Frage, die hat man mir in die Karchen geschickt, aber es war irgendwie so ein Beta-Test quasi und ich habe leider die Datei nicht mehr. Einfach weg, Kapustel. Braucht noch Rupees für Pot. Hey. Und auch für das Game hier, was die Versatz kostet. Das war's für die Zelle. Das war's für die Zelle. Das war's für die Zelle. Arimel, danke für 14 Monate. Was für ein Dreck es sieht. Auch noch so viele Herzen. Ich bin auch eigentlich immer froh, wenn ich wenig Herzen habe, weil ich dann in der Regel vielleicht einen minimalen Vorteil hätte wegen guter Execution, dass ich dann, aber das ist jetzt auch, das ist auch keine Rolle mehr, das Thema. Naja. Einfach wieder reingeschissen mit dem Dark Cross. Unglaublich. Okay. Okay. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Stuntpreis ist Full Magic, okay. Das passiert häufig in letzter Zeit. Frau Stinator, danke für 15 Monate. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. ein mirror würde ich jetzt gerade lieben ich glaube ich habe nicht genug rupees für dieses game hier ich weiß nicht was es kostet ich glaube 50 30 scheinbar ich weiß nicht was das digging game kostet rupies ich weiß nicht wie gesagt ich glaube das kostet mindestens 30 wenn nicht 50 aber das sagt er ja im besten fall dann könnte ich mal kurz schaufeln 80 ich bin so am arsch allein das digging game hier leute das ist so ich kann nicht meinen pot rein weil ich keine 100 rupees habe das ist das darfst du keinem erzählen echt nicht okay das ist ganz gut ich muss scheinbar nicht import rein ja 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 mein pot war schon schlau heißt ja full clear war ich idiot aber ich hatte keine rupees so lächerlich das rupee game ich brauch auf jeden fall rupee's ich mein gleich kriege ich welche auch auf jeden fall rupee's keine rupee's alter es gibt es doch nicht okay so 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 rupee's werden halt echt gut ein item auf dem boss 1 im basement so 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 ich hab noch nie so dringend rupees gewollt ich brauche 13 stück ich kann doch einfach die eis spielen danach ups ice palace Mache ich auch. Kann ich natürlich nicht, jetzt labere ich da. Tja, ich bin am Arsch, mir fehlen Rupees. Ist das nervig. Ich muss gleich buddeln, nach Rupees buddeln, ist das dämlich. Der Damage von ihnen ist halt auch so sick. Tja, was mach ich jetzt? Ich weiß es nicht. Muss Rupees farmen. Alter, bin ich am Arsch. Also ich weiß nicht, weil ich mich das letzte Mal so schlecht in einem Seed gefühlt habe. So krass. Okay, das war sehr lucky. Direkt in 20er. So krass. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. und dem ist die ocarina alleine hilft auch noch nicht so das heißt in der front liegt auf jeden fall noch ein item mal gucken ob ich das mitnehmen oder ob ich das weglassen aber jetzt kann ich es holen einfach dummes wegzulassen ich kann jetzt hier nichts weglassen das hätte man bestimmt auch in der logik irgendwie mitkriegen können oder so weiß ich nicht ja 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 für den Prime Sub. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das heißt, ich habe auch gerade die Flöte liegen lassen, als ich darüber nachgedacht habe, ob ich den Pott gehe oder nicht. Und den mit dem Hookshot dann auf den Berg gegangen bin und so. Boah, also ich bin an dem Punkt, wo ich wirklich mittlerweile so krass zurückliegen könnte. Also meine Route ist halt null getroffen. Null. Null. Okay, Ice Rod Mirror für Go Mode. Ne, eine Lampe brauche ich auch. Also es ist echt erbärmlich, wie schlecht. Und wenn jetzt noch auf dem Digging Game was liegt, ja, dann Prost Mahlzeit. Da hatte ich keine Rupees für. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich mache jetzt solche absurden checks hier echt wieder zum abgewöhnen dieses game echt zum abgewöhnen jetzt kommt das abgewöhnen vor allem wird es so lange gehen ich glaube das nicht machen wir doch lieber morgen das wird so lange gehen hier ja Das war's für heute. Das war's für heute. Auch nicht schlau, dass ich das jetzt mache. Ich wollte erst die Dungeon spielen, die ich clearen kann, in der Hoffnung, dann den Eisrod zu haben und hier oben alles mitzunehmen. Aber jetzt ist mir auch scheißegal. Ich spiele aber auch so schlecht wie noch nie in meinem ganzen Leben, glaube ich. So, ich kann mehr so graphsen. Ich brauche diesen Pferd zu haben! Also gab es diesen Pferd zu haben! Also das ist mir gut! Also, ich bin einήςil! Das war's für heute. 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 Oh, hoffentlich ist er zügig durch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist halt die Frage, ne? Ob Turtle Rock einfach ausreichen würde, da liegt der Ice-Rod und der Mirror zum Beispiel. Aber, ja. No one knows. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nee, war's für heute. Das 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 war's für heute. Auch für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tja, also wie gesagt, die Big Bomb könnte ich schon noch nehmen. Into Catfish. Oder ich gehe einfach direkt Turtle Rock spielen. Schwierig. Schwierige Entscheidung. Mirror wäre alles geiler irgendwie. Ich bin doch nicht so nett. Ich bin doch nicht so nett. Das war's für heute. Meine Chance ist jetzt eigentlich nur noch den Eislord irgendwo zu finden, also meine Chancen sind eigentlich schon sowieso nicht mehr vorhanden, aber den Eislord irgendwo zu finden in der Hoffnung, dass er Turtle Rock gedippt hat zum Beispiel. Liegt alles in Turtle Rock, ich sag's euch. Ich weiß auch noch Catfish. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ich auch machen könnte, ich könnte GT spielen. Ist mir gerade mal aufgefallen. Lol, ich könnte einfach GT spielen. Für Eisrod und Mirror. Boah. Na gut, dann war das Big Bomb Player nochmal schlechter. Versagt auf voller Linie, definitiv. Das hätte ich ja auch schon vorher machen können. Hätte ich schon viel früher machen können. Ich meine gut, Maya muss ich eh abschließen. Ja gut, mal sehen. Ja, nächstens gute Musik. Wie schön. Ich bin auch schon mal aktiviert. Der liegt wirklich hier drin, der Eisrod. Okay. Das ist jetzt die Frage, ich könnte natürlich GT beenden, aber dann bin ich an einer schlechten Position danach, weil dann bin ich an der Pyramide und ich kann jetzt auch einfach... Turtle Rock spielen, in der Hoffnung, den Mirror da zu finden. Jetzt kann ich nur hoffen, dass mein Gegner zum Beispiel in Turtle Rock reingegangen ist vorher. Der vielleicht sogar den Mirror gefunden hat, was sogar ganz gut wäre, weil er dann Mirror Checks auf der Overworld gemacht hat oder Swamp Guns gecleared hat oder so. Aber das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass er auch in Ganons Tower der Eisrod jetzt liegen könnte, ja. Der Mirror fehlt trotzdem noch für Go Mode. Das war's. 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 was es ist so Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mirror of Trinex, they're op. Yeah. Das war's für heute. Oder Digging Game. Das wäre der absolute Super-GAU. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich muss weiter. Ich such weiter den Mirror. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt raus? Ich such jetzt hier weiter den scheiß Mirror in dem Drecks-Dungeon. Obwohl ich den Big Key schon hab. Oh Gott. Ich hasse wirklich alles. Oh, meine Fresse, ey. Ach, meine Fresse, ey. Ach, Mann, ey. Mich ein Kackbogen. Ich hab's mal. Ich hab's mal. Das gibt es doch nicht. Ich brauche einen scheiß Small Key. Fast schon gemirrert. Fast schon gemirrert. Es gibt gleich auch noch Pfeile. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Sieben Pfeile. Gib mir Pfeile, bitte. Keine Pfeile. Sind hier Pfeile? Ich weiß es nicht. Droppt mal Pfeile, Leute. Ein Pfeil fehlt. Ich muss den einkillen, dann darf kein Sprite auf dem Bild sein, damit da Pfeile sind, oder? Ja, okay. Oh. A Katastrophen-Run. Das ist wirklich einer der schlimmsten Runs, die ich in meinem gesamten Leben hatte. Das kann ich euch aber sicher sagen. Das ist wirklich ein absoluter Katastrophen-Run. Da läuft nichts. Oh mein Gott. Alter. Das ist richtig, richtig low. Alter. Ich ärgere mich fast, dass er noch nicht durch ist. Ehrlich. Ich ärgere mich so. Ich werde es nicht auf dem Bild auf dem Bild, oder? Ich kann euch nicht auf dem Bild auf dem Bild. Ich werde es nicht auf dem Bild. Wann beendet er den Bums hier? Wann beendet er? Das war's für heute. Was ist das? 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 Unglaublich. Ja, zwei Progression-Items in GTs, aber auch echt eine Rotz-Nummer, ne? Also... Es ist trotzdem krass, dass er jetzt auch noch nicht durch ist. Also, jetzt brauche ich ja auch nur noch so, jetzt brauche ich vielleicht so fünf. Ich muss ja nur schnell zum Boss rennen, dann mache ich safe-and-quitch-DV-Gennen. Er hat halt auch richtig... Ja. Aber nicht so, wie ich das. Unmöglich. Ein Mensch kann nicht so, wie ich jetzt hier rein scheißen. Unmöglich. Tyrant, danke für 17 Monate. Was ist das? 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 Sie ist das? Ja, ich bin schon mal. Was ist das? Das ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. der arm hat auch abgekotzt es tut mir leid also ich habe abgekotzt wie noch nie aber er muss auch ganz schön abgekotzt haben ich mein aber ich kriege wieder einen genen snipe sage ich ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war echt das Schlimmste, was ich jemals zusammengespielt habe Swamp Palace raus, heißt er Bogenminigame nicht dran gedacht? Achso, nee, gar nicht, gar nicht dran gedacht Also Katastrophe, also wirklich Leute Keine Ahnung, wie kann ich das gewinnen? Also, das ist so krass Da fehlt, das ist, man kann das nicht anders sagen Mir fehlt offensichtlich die Erfahrung, dass ich Ein, dass ich nur einen Gegner habe Einen Gegner Und nicht 20 oder 30 Wo immer einer vor mir ist, weil 30 Leute nicht diese Scheiße zusammenspielen Alter, aber wie schlecht Ich da noch Genin gespielt habe, Katastrophe Wo war er denn? In GT aber alles schon gemacht Also auch Aga 2 und so Ja, Aga 1 Nein, nicht Ey, aber Mein Anfang war doch so scheiße Ich war heftig vorne die ganze Zeit Wie kann das sein? Also es ist mir wirklich ein Rätsel Weil das der All-Dungeon-Modus ist hier Ich weiß das, Dingo Werde ich auch nie In diesem Spiel werde ich nie gut Niemals Sehr gut Überdurchschnittlich Okay, durchschnittlich Okay, aber niemals sehr gut Das ist so Niemals in 101-Duellen Niemals Kannst du mir einen empfehlen, Dingo? Ja, doch Aber die wäre in der Light World gewesen Und ohne Mirror Ja, trotzdem Ey, so Ja, aber jetzt ja auch wieder Scheiße Mich ärgert es trotzdem Solche Sachen Dass da oben Dass ich dann Ja Ja, gut Aber Hera Ja, das ist halt Ich weiß es ja eigentlich Das macht man jetzt auch nicht Hundertprozentig Die scheiß Das scheiß Basement Aber in meiner Welt Macht mein Gegner das Wenn ich das nicht mache Das ist halt Ja, aber jetzt ja auch noch nie Ja. Das war ja eigentlich mein Plan, aber der kleine Fehler, den ich dann gemacht habe, der führt dann dazu, dass ich sage, nee, ich muss wirklich alles, jetzt muss ich das irgendwie wieder reinholen. Ich glaube auch im Rivals Cup fahre ich gut damit, wenn ich einfach sage, ich lasse, egal, ich muss das vielleicht beim nächsten Mal so machen, egal was passiert, egal wie schlecht ich bin, ich lasse nix weg, gar nix. Musik 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 Na ja. Kannst du eigentlich Spiele im Blind Run noch normal spielen? Ja, klar kann ich. Easy. Man kann das Emote Densen Last nicht verwenden. Kurios, was ist das für ein Wort? Ja. Ja, ja, ich glaube, das hat Nave hat schlau gemacht. Einmal habe ich sogar das Emote Ja gesehen. Das fand ich auch fast ein bisschen drüber. Ja, um ehrlich zu sein. Ja, aber es war auf jeden Fall ein Tilter. Da brauchen wir jetzt ja nicht drüber sprechen. Das war ein absoluter Tilter. Ich glaube, ich gehe mal in das Ninja Level und gucke mal, ob das läuft. 20, 30 Minuten reingrinden. Und dann pressen wir es in den Äther. Ja, das habe ich ja vergessen, Xitec. Habe ich ja sofort selber gemerkt. Aber auch nur, weil mein Auto-Tracker das Ding nicht markiert hat. Also weg markiert hat. Ja, aber ich bin trotzdem noch der Meinung, es muss, es, also, ich habe nichts, nichts, äh, also, es ist ja, es ist ja krass, wie, 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 ich, man konnte es ja nicht schlechter da spielen vom Routing, als ich es gemacht habe. So krass. Ja, ich weiß. Ich sollte mich einfach mal ärgern über einen Fehler und fertig. Ja doch, was hätte ich denn schlechter machen können? Was hätte ich denn jetzt noch schlechter machen können? Allein noch die Big Bomb gespielt und Catfish und alles, also, es war ja nichts mehr. Ich habe ja immer alles am Ende. Ja gut, das, das ist ja nun mal normal, dass man sofort Dungeons macht. Ja gut, sterben beim Boss, aber ich meine jetzt nicht von der Execution. Weil Gannon runterfallen, ja, okay. Solche Sachen, das meine ich nicht. Ich meine von meinem Weg, den ich durch den, durch den Seed gegangen bin. Double Dip Turtle Rock, okay, ja, das stimmt. Das habe ich verhindert. Das war eine Sache. Naja, er ist dreimal Turtle Rock hoch, weil er beim Boss gestorben ist einmal. Gut. Ich hätte auch das Digging Game machen können. Ich hatte ja keine Rupees. Ich hätte dann das Pfeilspiel da spielen müssen, ne. Naja, aber ohne Mirror hatte ich es ja auch. Ich habe auch den Ice Rod gefunden in GT. Und bin dann, äh, hätte ich erst mal Turtle, äh, GT weitergespielt, hätte ich den Mirror gefunden und hätte Turtle Rock einfach Go-Moden können. Auch nicht schlecht. Aber der Big Key in Turtle Rock war eh auf der Lava-Chess, deswegen so viel Zeit hätte es nicht gespart. Ich hätte mir die Laser Bridge gespart. Aber ja. Ja, und, auf jeden Fall habe ich ja solche Sachen gemacht, die sind mir ja auch wichtig. Ich habe nicht vergessen, ja, Raptor, dass ich, äh, Aga spielen muss, Save and Quit nach Swamp. Ja, naja, nice. Okay. Dann lade ich doch jetzt mal eben. Dann gehen wir nochmal auf Super Mario World. Ja, schreibt da auch mal GG rein, ne. Finde ich eigentlich ganz nice, wenn er noch online ist. Äh, schreibt da mal Hallo. GG, seid nett. Ja, ist schon cool, so ein One-on-One-Race. Ich glaube, auch zum Zugucken ist das halt immer nice, ne. Sehr schön. Das ist sogar Browser-basiert. So, Ninji. So. Mal gucken, ob wir irgendwelche Probleme haben mit dem Ninji. Ähm, so. Lunar Magic. Ninji. Ob ischt. Da. So, zack, Ninji. Season 5, Level 2. Senden an SD to SNS. Bäm, und dann startet er das auch automatisch. Das ist so krass mittlerweile. Okay, ich gehe mal in die andere Szene, weil da ist der Ninji. Bums, ja. Weiß nicht, ob das schon ready ist, aber wie ich Nafal kenne, ist es schon ready. Na gut, wer hätte das gedacht? Wer, warum, was ist das eigentlich für eine Frage? Ob das schon ready ist? Das ist übrigens Season 4. Nee. Psst. Aber Nafal vielleicht schon im Bett? Na, Mario soft Nindos. Let's go. Okay, reingeschissen. Alles klar, let's go. So, also dieses Ninji wird ein einfaches. Jeder kann das mal machen, auch wenn ihr keine Erfahrung habt mit Ninji oder mit Mario World. Was machen wir für eine Deadline, ja? Gute Frage. Okay, da muss ich gleich mal drauf achten. Okay, ich nehme alles mit. Okay, mega scheiße. Durch den Bluescreen. Okay. Kacke. Aber egal. Wir haben eine Zeit. 32. Ich glaube, ich hatte noch nie in einem Ninji so schnell eine Zeit. Stimmt, die Pipe ging nicht, ne? Die Pipe-Zeit ging nicht. Oh, ich habe auch noch nicht den Reset drin. Stimmt, die Pipe-Zeit ging nicht. Oh no. Oh no. Warum nicht? Jetzt geht die Pipe. Warum ging sie gerade nicht? Kann das sein, weil ich gerestartet habe und den Reset nicht drin habe? Aber ich glaube, ich habe den Reset nicht in dem Level drin. Moment. Ich mache das sofort. Das geht ruckzuck. Okay. 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 Keines hatte damit was zu tun. Aber wie heißt das? Wo ist der Scheiß-Key? Das ist der Scheiß-Key? Okay. 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 das ist... Ist jetzt so krass mit dem neuen Tool. Mach ich rechtsklick in Windows. Mach Senden an. Super Nintendo. Und jetzt sendet er die Datei dahin und startet sie danach auch. Hallo, Arcade. Ja, Level wird jetzt hochgeladen. Und jetzt startet das sogar von alleine. Obwohl... Guckt sich das an. Das ist abgefahren. Noch nicht hochgeladen ist die Testphase, Raptor. Ich Idiot. Habt ihr den Schalter jetzt nicht umgelegt? Okay, das sieht auch janky aus. Doch. Dann kam nur die Animation nicht. 32, 5, 6. Aber ist natürlich nubig. 14, 4. 4, 4. Okay, 30, 5, 2. Let's go. Guck mal, wie in der Fall da oben das Windows-Ding verschiebt. Okay, das Level ist wirklich leicht. Das Level ist wirklich leicht. Nochmal. Viermal den Switch hier. Dann komme ich ja hier unten nicht durch. Wenn ich ihn nochmal drücke. 14, 1, 4. Ich sag 13er Pipe. Oh, mit der Landesflagge jetzt neben den Namen. Stimmt. 29, 9, 4. Okay. Sollte an dir liegen, um ehrlich zu sein. Mach gerne den Aus- und An-Move, aber sollte eigentlich an dir liegen, Dingo. Boah, das mit den Länderflaggen ist doch mega, oder nicht? 13, 8, 4. Okay. Okay. 29, 2, 4. Okay. Okay. Scheint aber zu funktionieren. Das nehmen sie. Der Name ist auch gut. Es ist so, Teto. Auch wenn das nicht so aussieht. Jeder kann da mal rein. Ich will dich auf jeden Fall im Leaderboard sehen. Und du darfst als Landesflagge auch Hyrule nehmen. Wisst ihr, was da auch noch schneller ist? Ich hätte schon den ersten Trick, einen Key Jump zu machen, weil ich da nicht so weit falle. Gibt's noch nicht. Das ist ja gerade noch die Testphase. Grüße. Grüße gehen raus. Andenzen, Teto, Schoki, Dingo, Nafai. Okay. Oh, macht Bock. Es ist ein simples Ninja, aber es macht Bock. Und das Aber ist auch eigentlich falsch. Boah, stark. Let's go. Uh, 28, 9, 1. Ich glaube, das war schon sehr gut. Ja, klar, war nett. Nur wenn du eine Zeit einsenden willst. Ja, ich muss, ich muss das mal, ich muss das mal hochladen irgendwo. Ich mach das mal bis morgen, Leute. Ich lad das mal irgendwie auf einem FTP-Server hoch, dass man es nicht nur im Discord laden kann. Ja, sollen wir es mal einfach in den Äther pressen jetzt für alle? Vielleicht macht ja direkt gleich einer mit. Wo könnte man sowas hochladen? Mal eh easy mit einem Link per Download. Geht da einfach sowas wie Google Drive? Kann man da... Kann man da einen öffentlichen Link zum Downloaden anbieten? 13,76. Okay. Okay, den Yoshi gerettet. Manchmal stirbt er, manchmal nicht. Ich freu mich mega. Bist du da vor Ort? Also ich sag's euch, bei mir geht's auch wild los. Ich werd morgen... Äh... Ne, morgen ist Mittwoch. Am Donnerstag stream ich ja morgens oder vormittags. Und dann werd ich abends schon mit einem Auto einmal hinfahren. Nimm ein paar Klamotten mit und so. Hier auch Technik. Und dann bin ich einfach gespannt, was mich an dem Wochenende erwartet. Denn ich weiß es selber irgendwie nicht. Ja komm, ich patch das mal, oder? Vergess immer, wie das Tool heißt. Ja, ich glaube auch eine Kombination, Arcade. Nein, das wird nicht viel Zeit beanspruchen. Der LDU, nicht für meinen Run. Das kann ich euch sagen. Also... Äh... Äh... Minesweeper... ...Deathblocks. Klar, Juli. Ja. Und noch so ein Solitärblock. Okay. Okay. Äh... Boah, ja, baue ich das jetzt noch kurz ein. Und da lärts dann einfach hoch. Aber meine Zeit bleibt. Wir machen nur noch Cosmetics, oder? Komm. Meine Zeit bleibt, weil ich würde das jetzt noch editieren. Dann hochladen. Und dann, äh... Würde ich offline gehen. Ich bin seit 14 Uhr online. Nee, keine Sand-Ur-Stadt-Banane. Die... Die... Äh... Die Banane ist... Äh... Signature. Ich bin seit 14 Uhr online. Nee, hier klappt es nicht. Ich glaube, dafür habe ich keinen Platz. Wir testen es mal so. Hier fehlt einer. Okay, die müssen hier hin. Das fehlt. Ich muss einmal zusammenstückeln. So, und die Palette war auch drin, ne? Donnerstag vorm Release von Dragon's Dogma bist du anwesend. Nächste Woche. Donnerstag. Moment. Da könnte es sein, dass ich auf einer Anspiel-Session bin. Das ist noch nicht ganz 100% klar. Das Problem ist, am Mittwoch werde ich tätowiert. Okay, schwierig. Ich würde einfach sagen, eine Woche auf entspannt. Oder am Freitag. Also, ich meine, aber da kommt Dragon's Dogma und... Ähm... Ähm... Princess Peach, ne? Also, das ist schon... Da will ich eigentlich nix anderes spielen, glaube ich. Dienstag 23 Uhr wäre eigentlich easy. Also, dann wäre es eine Woche halt. Oh, Moment. Oder nehmen wir da einen Podcast auf? Oh mein Gott, ist das dumm. Mach mal lieber... Ist ja völlig egal. Das klärt sich noch. Aber mach mal lieber einfach Dienstag 21 Uhr. Das ist genau jetzt quasi eine Woche. Das ist doch perfekt. Dann ist das Ding auch durch. Also, dann... Dann ist das Teil auch fertig. So, dann... Hä? Also, die Palette? Hoppala. Klappt irgendwie nicht. Oder ist die das noch? Ja, das ist die noch. Okay, alles gut. Hat sich... Ich bin einfach dumm. Okay, aber ich weiß nicht, ob ich die Minesweeper-Dinger nicht irgendwie auch scheiße finde. Also, als Ersatz für die Manscha... Obwohl doch, ne? Passt schon sehr gut in das Level. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ey, vielen Dank, Mikey. Okay, was machen wir hier mit? Achso, das muss erstmal ne 200 sein. Was machen wir mit dem Kollegen? Einfach so überall mal platzieren. Das Ende ist auch irgendwie noch scheppig, ne? Was können wir denn hier... Aber was soll ich jetzt hier noch dekorieren? Doch, Quatsch. Irgendwo noch was? Hoppala. Ich glaube, ich will hier noch ein paar Mines hinmachen. Die man vielleicht auch gar nicht... Also, die gar keine Rolle spielen. Aber die sehen ja eigentlich ganz witzig aus, oder? Das hier ist natürlich auch maximal scheppig. Das Level ist fertig, ist es jetzt nur noch mal ein bisschen Grafik. Aber es war schon im Test und wird jetzt gleich hochgeladen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Boah, Alter, das ist so eine Friemelei. Boah, Alter, das ist so eine Friemelei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kurz nochmal reingehen zum Testen Achso, das Ding ist aus sondern patch ich das ja ich finde den scheiß nie flips oder wie heißt das drecks tool dahinter ist das dahinter bildschirm aufnahme ist fertig sehr gut geworden mario soften der noch nicht hochgeladen 30 0 9 aber scheint zu klappen gute frage die minen sollten eigentlich so eck denn ja kannst du mal testen spring mal in einer versetze mal den zweiten part erst mal sterben im zweiten part läuft die zeit weiter stimmt alles scheint alles zu laufen 13 76 ok komm ich mach 1 2 3 aber das ding ist das denn das ding funktioniert es kann so hoch ja komm fertig wenn man im zweiten part stirbt dafür war ich müsste eigentlich also schalterlogik das muss ich umlegen das geht nicht anders und dann ist dieser switch steht hier so also kein nicht aktiv ein schalter ist nicht komplett das ist mir egal jetzt wieder das runter nehmen jetzt ist mir egal es sieht gut aus alles fein könnte man auf die shell springen wenn man einfach rüber gleitet mit einem shell jump ne ok moment das könnte echt ein ding sein warte warte Das ist nichts für diese. Alter, Dankeschön. Smart. Nee, das ist nicht gut. Das hier müssten eigentlich, also hier müssten Spritekiller hin, das müssten einfach hier Spritekiller hin. Also hier müssten einfach nur Spritekiller hin, das wird das Problem lösen. Aber es sieht natürlich nicht schön aus. Oder ich mache hier Unsichtbare hin. Mit er? Nee. Ich glaube mit er geht nicht im Fallen, um ehrlich zu sein. Sonst könntest du unendlich in der Luft bleiben ohne Flug State mit Shells. Ich glaube, ich mache die echt unsichtbar. Die Spritekiller an der Stelle. Dann wird es halt versucht, dann platzt die Shell halt. Aber das ist zu verwirrend. Ja, aber ich kann die natürlich auch. Das muss auch weg. Weil sonst schmeiße ich die einfach da hin. Also Spritekiller müssen hier eigentlich hin. Rote Blöcke in den Weg, da braucht man ja nicht. Aber ich werde ja hier sehr spät die Shell hochwerfen, dann sind die Blöcke im Weg. Dann müssten die hier irgendwie hin. Voll verwirrend und voll doof, meiner Meinung nach. Also ich bin wirklich für unsichtbares Spritekiller. Wer es versucht, wird jetzt sehen, dass es nicht geht. Mach doch mit On-Off darüber, so wo Power Down ist. Throw Block kann ich nicht einfach so aktiviert hier platzieren. Ja, aber wie sieht das aus, jetzt hier die roten Blöcke dann da voll machen? Also die roten Blöcke könnten, das stimmt einfach, die könnten auch hier irgendwie, ne? Also ich müsste ja nur sicherstellen, dass die Blöcke gedrückt werden, das stimmt. Ich könnte auch einfach super easy so machen. Also wie sieht das aus, ich fange so auf. So wie sieht das aus? 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 I'm sicher! Okay. Beide. Musik Tatsache, das würde auch gehen Noch besser, oder? Musik 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 Das war's für heute. Frage ist, kann ich die auch so knapp werfen oder geht die dann an der Wand kaputt? Der Stein, der Stein. Ja, das geht, okay. Ja, okay, das ist doch die Lösung. Perfekt. Ich glaube, es ist doch die Lösung. Treadpatch Nee, der müsste da auch sein So, ich hätte den Patch jetzt auch hier Mario Soft Nindos So, ich hätte das der joshi fällt nicht also ja egal ist mir scheißegal ich denke es läuft leute jetzt ist mir scheißegal joshi manchmal fällt er manchmal nicht es hat was mit dem spawn zu tun es ist egal solcher dass ich als laden scheiß jetzt so klar den dreck jetzt so wer will download s04 level 02 mario soft windows let's go da ist der bums okay das war's leute viel spaß viel spaß viel spaß viel spaß ich mache jetzt aus ich bin seit 14 uhr online ich bin im arsch ich will in die wanne und noch was essen seit neun stunden ist er noch online wünsche ich auch wünsche ich auch dankeschön ja sehr gut so soll es doch sein gibt es einen link zum downloaden ja aber nur über das discord gerade check das aus check das einfach aus ich mache jetzt hier relativ zügig aus ich will ich will nicht wir können es machen aber ich will nicht dass er glaubt er muss jetzt unbedingt den scheiß spielen also er soll das spiel man er will wir gehen trotzdem hin netter typ er also jeder der ihn nicht kennt tut mir leid für euch leute shembo kein deutschsprachiger streamer aber einer der besten mario streamer spielt wie ein gott und ist der gott im ninji oder mit einer der götter in linji erstmal liebe grüße da geht mal hin ich hoffe er fühlt sich jetzt nicht sofort er fühlt sich jetzt nicht genötigt das ding zu spielen aber er wird es auch sowieso spielen ich bin mir sicher das war's für heute das war mir ein fest vielen dank fürs dabei sein wir sehen uns morgen nicht morgens sondern morgen ist mittwoch das habe ich eigentlich noch gar nicht gesagt wie wann geht es morgen los um 12 oder 14 mein race morgen ist ja mein zweites race wieder gegen teku ist um 18 uhr weil es und danach genau danach nicht essen das heißt ja ich bin online wahrscheinlich um 14 uhr 14 bis 20 uhr ist dann morgen haltet mal der schedule im kopf oder im blick aber so wird sehr wahrscheinlich sein morgen 14 bis 18 uhr bis 20 uhr stream und am donnerstag mache ich dann den retro mittwoch etwas verwirrend aber so macht sinn leute ich wünsche euch einen wunderbaren abend vielen dank fürs dabei sein viel spaß beim shembo und äh wir sehen uns morgen haut rein tschüss